So, einen wunderschönen guten Abend zum FED-Event heute, 8.50 Uhr ist es und wir werden uns heute mit der FED-Zinsentscheidung beschäftigen, mit einer der wichtigsten Zinsentscheidungen für dieses Jahr. Die vorletzte, nur gemerkt, wir haben noch eine dieses Jahr, aber das ist jetzt eine der wichtigen. Mal gucken, was da heute herauskommt. Gleich um 19 Uhr, ihr seid richtig, ja, um 19 Uhr findet ja die Zinsentscheidung statt, um 19.30 Uhr die dazugehörige Pressekonferenz und somit ganz kurz die Frage, hört ihr uns, beziehungsweise wird hier schon geschrieben vom Jochen, ja, Bild und Ton passt. Ihr müsstet jetzt ein Bloomberg-Website oder Bloomberg-Website sehen und ja, ich begrüße Marco, ich begrüße Daniel. Ganz kurz nur von meiner Seite noch der Risiko-Hinweis, den müssen wir noch ganz kurz reinhalten. Lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsimpel und wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker-JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Ihr seht jetzt gar nicht den Risiko. Ich habe das nicht gesehen, Markus. Ihr habt ihn gehört, das reicht aus, das reicht aus. Wichtig ist, keine Handelsempfehlung und alles das, was wir sagen, kann völlig falsch sein. Also von daher, ja, nur Hinweise, Ideen unsererseits. So, Marco, Daniel, wünsche einen schönen guten Abend an euch beide. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, hi, hi, in die Runde. Tatsächlich, ja. Ja, das erste Premiere quasi. Ganz kurz, also wir müssen uns ja ein bisschen sputen zur Zinsentscheidung jetzt. Ganz kurz vielleicht die vorbereitenden Gedanken. Vielleicht erstmal Marco von deiner Seite. Schön, dass du auch mit dabei bist. Das war ja anfänglich nicht ganz klar, ob du es schaffst oder ob ich mit Daniel alleine bin. Also super, dass du mit dabei bist. Vielleicht von deiner Seite erstmal ganz kurz die vorbereitenden Gedanken jetzt zu der Zinsentscheidung. Danach mal ein bisschen Ruhe bis zur Pressekonferenz. Da können wir nochmal ein bisschen Ruhe dann sprechen. Genau, richtig. Ja, also wir erwarten jetzt erst einmal, ja, wie soll ich sagen, die Entscheidung der FED. Und zwar bezüglich, die Problematiken der Inflation sind ja bekannt, die sind recht hoch. So, normalerweise müsste die FED hingehen und die Zinsen immer weiter und weiter hochnehmen, damit die Inflation gedämpft wird. Sprich, man dämpft Inflation, indem man halt einfach Zinsen annimmt. Warum ist das so? Naja, man versucht den Geldflow zu kontrollieren und indem man einfach Geld teurer macht, nehmen sich weniger Leute Geld. Weil, wenn Geld teurer wird, dann, naja, dann leidt man sich nicht zu viel, nimmt weniger Kredite. Unternehmen schreiben zum Beispiel auch teure Anleihen wieder und, und, und. Und das alles führt dazu, dass wir weniger Geld im System haben. Erst einmal, das bedeutet, es wird weniger ausgegeben. Irgendwann. Und dieses Irgendwann ist die Frage, wann ist das erreicht? Weil wenn wir jetzt zu viel anheben, haben wir das Problem, dass wir dieses, wir haben dies erreicht, schon übersteuert haben. Wir können es nur noch nicht sehen, die FED übrigens auch nicht. Und dann haben wir natürlich so eine Art Hysterese, die die ganze Zeit hin und her und hin und her geht. Und das ist ein bisschen problematisch. Ergo, man versucht heute schon herauszufinden, was irgendwie in einem Jahr sein könnte. Und an diesem Punkt sind wir jetzt gerade. Und wir wollen genau das versuchen herauszufinden, was irgendwo in einem Jahr ist. Oder eher gesagt, die Währungshüter, sprich die FED. Okay, und die FED, die wird wahrscheinlich, so ist es jedenfalls erwartet, hingehen. Und wird erst einmal die Zinsen heute nochmal ganz normal anheben, so wie die ganze Zeit auch. Also 75 Basispunkte, sorry, 75 Basispunkte. Und ab dann wird es wichtig, wie es weitergeht. Weil das ist unklar. Wie wird die FED weitermachen? Sind wir langsam an dem Ziel angelangt, was wir sowieso haben wollen? Genau darauf kommt es drauf an. Weil wir haben ein Problem. Die Last merken wir schon in den Märkten. Wir haben Märkte, die schlechter laufen. Und natürlich mittlerweile die ganzen Ökonomien einen Druck drauf bringt. Also die FED bringt einfach Druck drauf. Nicht nur in den USA, sondern letztlich auch weltweit. Und das merkt man schon an allen Ecken und Kanten. Die meisten Indikatoren schreien schon, Achtung, Achtung, Achtung. Nicht alle wohlgemerkt. Aber dennoch einige schreien schon, Achtung, Recession ahead. So, und jetzt geht es natürlich wirklich darum, wie wird es weitergehen? Dass die heute nochmal anheben, das wird erstmal komplett erwartet. Und wenn sie das auch tun, ändert sich da nicht viel. Die Frage ist wirklich, wie wird es weitergehen? Und das wird ganz, ganz wichtig sein, weil das ist bisher noch nicht so klar kommuniziert worden von der FED. Ergo bin ich wirklich gespannt, was da passieren wird. Wir werden wahrscheinlich erst Bescheid wissen, wenn die Pressekonferenz startet oder eher gesagt, wenn die dann vorbei ist oder irgendwann die Frage von irgendeinem Journalist gestellt wird und diese dann beantwortet wird. Dann werden wir wahrscheinlich erst wirklich wissen, wie wir handeln sollen. Außer es würde schon vorab wirklich im Statement stehen, was es allerdings nicht immer tut. Also das kommt jetzt darauf an, tatsächlich, was drinsteht. Das werden wir jetzt bald erleben. Wahrscheinlich wird es wieder eine Sache durch die Pressekonferenz. Es ist jedenfalls meistens so. Ja, genau. Also das ist letztlich, worauf wir warten. Das heißt, wir haben jetzt noch roundabout vier Minuten. Nee, ein bisschen weniger. Drei Minuten schätze ich. Natürlich, bis wir wissen, wie es dann losgeht und was denn los ist erst einmal mit der Pressekonferenz. Heißt, wenn wir jetzt nur die Pressekonferenz haben, könnte es sein, dass wir vielleicht erst einmal Liquiditäten handeln könnten, bevor wir dann tatsächlich in die Richtung versuchen, uns zu positionieren, wo es längerfristig geht. Weil, wie gesagt, jetzt kriegen wir erst einmal das Statement und für das Statement, das kommt, können wir erst einmal Gewinne mitnehmen. Also sprich, die Institutionen nehmen ihre Gewinne mit und erst dann wird sich mit der Pressekonferenz neu positioniert, was dann in Zukunft passieren soll. Heißt also, wir könnten vielleicht irgendwo einen antizyklischen Trade bekommen, der sehr, sehr kurzfristig natürlich ist, aber der gäbe es eine Möglichkeit, einfach in den Liquiditäten zu handeln. Bis dann die Pressekonferenz kommt, ab dann Füße stillhalten und einfach warten, bis was entsprechendes gesagt wird. Es wird um Pace gehen, um Geschwindigkeiten, sprich um Zu- oder Abnahme von der Geldpolitik, wie die FED sie angehen wird. Also darum wird es gehen. Das sind wichtige Punkte, auf die wir dann hören müssen und das uns dann sagt, ob wir es long oder short probieren sollten. Generell vorweg, der Aktienmarkt erwartet erst einmal eines. Wir sind nahe an dem Punkt, was die FED auch erwartet an ihren Zinsen und dann soll es eher wieder bergab gehen über over the long run. Das heißt also, es könnte sein, dass die Zinsen jetzt vielleicht erst mal ein halbes Jahr, Jahr oder auch zwei Jahre da stehen, bis sie dann irgendwann wieder sukzessive zurückgehen, also heruntergehen. Das wäre erst einmal für den Aktienmarkt etwas Positives, wenn es tatsächlich so kommt. Das ist aber auch das, was erwartet wird. Ergo müssen wir jetzt ganz genau drauf achten, das wird sehr wahrscheinlich erst in der Pressekonferenz sein, wie die das denn angehen wollen. Weil gehen sie die Inflation an und wie retten sie die Wirtschaft? Das sind so zwei Bausteine, die jetzt irgendein Spagat, die ein Spagat erfolgt. Wir müssen irgendwie beides bekämpfen oder beides stützen, je nachdem, in welche Richtung. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Aber vorab, der Aktienmarkt sollte es wohl eher positiv nehmen, wenn das so herauskommt, wie es hauptsächlich erwartet wird. Ja, zum Liquiditätssammeln kann das gerne nochmal abstürzen heute. Aber wir werden sehen, was passiert. Ist auch die Frage, wie lange die Pressekonferenz geht. Manchmal geht die sehr, sehr lange. Und es wird wohl schwierig sein, dass ich bei der Pressekonferenz jetzt zuhören kann und gleichzeitig noch bei Markus und bei Daniel zuhören kann. Also das wird ein bisschen schwierig. Vielleicht verpasse ich es auch und dann habe ich tatsächlich erst morgen was. Was aber nicht schlimm ist, weil das jetzt, was jetzt herauskommt, gibt sowieso die Richtung für die nächsten paar Wochen an. Also von daher überhaupt gar keinen Stress. Jawohl, Markus. Genau. Und wir haben jetzt noch eine Minute in etwa. Und wie du schon eben gesagt hast, man guckt immer erst natürlich auf die erste Reaktion. Versucht dann herauszukriegen, was passiert ist. Und das kriegt man auch relativ zügig heraus. Du hast jetzt selbst hier schon Bloomberg offen. Ganz kurz vielleicht, wo holst du deine Informationen jetzt her? Ganz einfach. Wir gehen hier zur FED und wollen natürlich FOMC-Meeting von heute. Da wollen wir was haben. Das ist das Wichtige. Wir holen es direkt von der FED. Da wollen wir die Infos herhaben. Genau. Also da dann immer F5 drücken, bis es da ist. Und dann wird es da natürlich sofort hochgeladen. Ich kann jetzt live handeln, wenn ich hier nicht am Reden bin und versuche natürlich die ganzen Fragen zu überantworten. Das macht dann keinen Sinn. Aber Daniel wird dann dementsprechend einfach das Handeln übernehmen. Da wir sowieso zusammen verwalten, spielt das ja keine Rolle, wer da drückt. Genau. Das interessiert mich die Plattform nicht. Jetzt haben wir noch F5 Sekunden. Genau, an sich sehen wir eh schnell Liquidität für Short. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Bloomberg ist immer ein bisschen hinten dran. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Schauen, was passiert. Passiert noch gar nichts. Nicht großartig viel. Nein, nein. Kann ja auch noch nicht. Wie schon eben jemand auch schrieb, man muss natürlich aufpassen, man hat jetzt riesen Threads teilweise in den Märkten. Ob es im Future ist oder eben auch in den CFDs, sieht man, die sind am Anfang, gehen die weit auseinander. Viel ist noch nicht passiert jetzt hier am Markt. Und ein bisschen eine Sprecher von 20, 25 Punkte im S&P und ein paar Ticks jetzt hier im Euro. Also wie du schon sagst, durchaus denkbar, dass dann eben wirklich die Bewegung erst mit der Pressekonferenz kommt. Aber mal gucken, vielleicht springt er jetzt noch ein Stück. Genau, ja gut, es ist klar, dass die stark auf die Inflationsrisiken eingehen, wenn die ausrasten. Das ist klar. Das sind die zwei Prozent, die erwartet werden. Das ist der Grund, warum es gut für die Aktienmärkte ist. Und wir sehen ja, dass die Aktienmärkte gerade übelst long gehen. Das ist genau der Grund. Und wir haben das hier nochmal bestätigt. Das ist klar, dass hier der long kommt. Habe ich ja gerade angesprochen, kurz vorher. Genau, und dann auch das, was wir einfach ganz normal anheben, wie erwartet. Wieder die zwei Prozent, das ist aber auch klar. Das ist einfach das Ziel und das ist auch letztlich das kommunizierte Ziel. Und das bringt natürlich ganz klar die Märkte nach oben. Weil wenn das jetzt wieder das neue Ziel sein wird in der Zukunft, dann ist es was sehr, sehr Gutes für die Aktien, weil das natürlich günstiger ist, als was wir momentan haben. Und nochmal, wir handeln ja heute schon das, was wir in Zukunft erwarten werden. Nur deswegen gibt es ja Spekulationen. Es macht ja gar keinen Sinn, dass wir heute das handeln, was auch tatsächlich draußen bekannt ist, weil dann wäre es ja keine Spekulation. Das ist genau das, was ich auch eben gesprochen habe. Es gibt halt ein Delay zwischen Monetary Policy und zwischen dann das, was in der Wirtschaft passiert. Aber da wir das heute schon versuchen zu handeln, was in Zukunft passieren wird, passt das wieder. Also genau letztlich, wie ich erklärt habe. Genau, es wird bei der QT betrieben. Auch ganz klar. Das ist aber schon bekannt wie im Mai. Genau, also da hat sich nichts geändert. Okay. Ja, ist klar. Wir wollen zurück zu zwei Prozent. Das ist einfach zu hoch, was wir haben. Wiederum gut für Aktien. QT ist natürlich nicht so optimal. Okay, bleibt weiter bei Daten. Es ist alles okay. Was machen Sie weiter? Wahrscheinlich werden Sie weiter in York Fett dazu verdonnert, das Ganze zu machen. Ja, ist klar. Immer das Gleiche. Ja, genau. Ja, soweit, so gut. Jetzt heißt es erst mal warten. Erst einmal ist es eher der Schritt für den Long. Jetzt werden auch ein paar Gewinnmitnahmen drin sein. Jetzt müssen wir einfach warten, bevor sich irgendjemand Größeres positioniert. Müssen wir einfach darauf warten, bis jetzt wir die Pressekonferenz haben. Aber man könnte, wenn man langfristig an der Sache dran ist, könnte man erst einmal tatsächlich auf den Long gehen. Muss aber dann natürlich wirklich auch mit einem großen Stop arbeiten oder das eher sehr, sehr langfristig sehen. Für einen kurzfristigen Trader ist es jetzt erst einmal abwarten und Tee trinken, weil wir können jetzt nichts machen. Das ist einfach nur eine fette, fette Bewegung. Und das ist jetzt einfach zu wild, was jetzt passiert. Also wir können da kaum irgendwas herausnehmen. Ja, wir könnten über Futures enormst, extremst scalpen. Da kann man das ein oder andere machen, aber auch das wäre zu wild. Also ich würde es jetzt genauso wenig tun, tue es auch nicht. Das ist jetzt noch zu wild. Jetzt würde ich erst einmal warten, bis die Algos fertig sind, ihre Sachen machen, die sie halt einfach immer machen. Und bis dann wieder ein bisschen mehr diskretionäre Trader halt reinkommen. Weil klar, jetzt wird es halt heftig gebattelt. Da fliegen jetzt die Algos hin und her. Und die Wetten werden jetzt quasi, die man schon vor drei Wochen gemacht hat, die werden halt jetzt alle realisiert. Die Schwierigkeit an der Stelle ist ja eben wirklich, viele gehen natürlich auch direkt auf diese Bewegung. Und es ist nicht selten so, dass erst eine Erstreaktion kommt. Der Markt dann eben auch erst mal wieder ein bisschen gegenläufig läuft, um dann die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung anzunehmen. Und man muss natürlich höllisch aufpassen. Man hat das jetzt eben auch gerade gesehen, dass die Spreads halt auseinander gehen. Und man merkt es dann eben in den Ausführungen, gerade wenn man Market reingeht oder am Ende dann eben auch mit einem Stop arbeitet, dass man dort eben doch teilweise Ausführungen bekommt, die man so vielleicht mit denen man in dem Maße gar nicht gerechnet hat. Da muss man natürlich immer höllisch aufpassen. Und wie du schon sagst, mitunter hat es Sinn, das Ganze jetzt erst mal abzuwarten. Wie entwickelt sich das jetzt und was wird in der Pressekonferenz gesagt? Und ganz wichtig in meinen Augen auch, dass man eben nicht selbst sich den Druck macht, aktiv werden zu müssen. Denn wie du schon sagst, das, was heute gesagt wird, das gilt für die nächsten Wochen, eigentlich sogar Monate. Denn heute ist es wirklich wichtig, weil wenn so ein Turnaround angekündigt wird, der dann eben natürlich auch etwas längerfristig Gültigkeit hat, längerfristig Gültigkeit hat, morgen sowieso, aber eben dann auch in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten. Von daher gibt es da sicherlich auch noch Möglichkeiten, natürlich eben das heute Gesagte oder das heute Entschiedene am Ende dann auch später in sinnvolle Trading-Gedanken umzumünzen. Von daher, in meinen Augen immer ganz wichtig, klar, Volatilität ist immer toll und da freut sich jeder. Oh Mensch, große Bewegung, da kann man schnell viel Geld verdienen. Naja, man muss da wirklich aufpassen, das kann auch schnell mal schnell wenig Geld werden. Ganz wichtig immer an der Stelle. Ja, ja, absolut. Man muss auch dazu sagen, ich habe meine Gewinne heute eh schon rausgeholt. Ich war ungefähr nach einer Stunde, bevor wir jetzt hier sitzen, habe ich schon einen Trade gemacht, auch in die Lone-Richtung. Und habe quasi nahe der Volume-Area-Low auch letztlich einfach wieder einen Intraday-Trade gemacht, einfach mit der Erwartung heraus, dass es letztlich gut für die Aktion ist, wenn einfach das herauskommt, was auch erwartet wird. Und habe mich schon vorab positioniert. Das mache ich meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor es losgeht, mache ich das, weil die Erwartungen ich letztlich dann versuche, halt schon vorab zu handeln, weil dann die letzten paar immer noch sagen, hey, wir gehen jetzt drauf und werden jetzt kurz, bevor es losgeht, nochmal diese, was erwartet wird, nochmal versuchen einzupreisen, also nochmal reinzugehen. Und die schieben dann einfach nochmal die Märkte einen Ticken an. Das bisschen reicht mir schon. Und ich brauche jetzt gerade diese ganz große Bewegung, die ich jetzt habe. Also ich war auch vor diesem Boom natürlich raus, habe letztlich meine, meine Ticks wieder mitgenommen. Wie ich es immer mache im Day-Trading und für das Swing-Trading werden jetzt die nächsten Stundentage sowieso die Einstiege kommen. Und dann ist es auch egal, ob ich jetzt gerade die Action habe oder nicht. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist natürlich das Tolle. Aber das sind halt Erfahrungen, die einfach schon, das ist gut halt schon auf Jahre, über Jahre. Genau. Wir sehen jetzt auch, wie es immer weiter und weiter steigt. Auch hier jetzt bei Bloomberg, da sehen wir, wie es immer weiter hoch und hoch krediert. Und das ist letztlich einfach ein Verständnis, was man halt entwickeln muss, wenn man diese Märkte handelt. Das sind ja stark makroökonomische Märkte. Also ich spreche die ganze Zeit über den ES oder über die Aktienindizes, besonders den ES. Und dann ist es natürlich, sind es Märkte, die enorm auf die makroökonomischen Einflüsse halt reagieren. Vielleicht an der Stelle nochmal eine sehr, sehr gute Frage oder sehr, sehr guter Hinweis von Thorsten. Vielleicht auch für dich, Marco, mal der Punkt, den anzusprechen. Es passt einfach irgendwie nicht, sagt er, dass die Märkte steigen. Zurzeit bekommt man drei bis vier Prozent Zinsen auf fünf bis zehnjährige, also auf Festgeld oder Staatsanleihen im Endeffekt. Da kauft man doch keine Aktien mehr. Der Knall wird kommen, schreibt der Thorsten. Sagst du dazu so grundsätzlich? Ja, also wenn ich drei oder vier Prozent bekomme gerade, dann ist es ja schön und gut. Aber auf der anderen Seite verliere ich gerade wie viel an Inflation? Genau, mehr. Genau, ich verliere da, sagen wir einfach mal zum leichten Rechnen, zehn. Alles klar, ich kriege jetzt, wir nehmen einfach mal die drei Prozent an. Ich kriege drei Prozent, kann nicht mehr einloggen. Auf der einen Seite verliere ich zehn, habe ich sieben verloren. Okay, ich weiß immerhin, was mein Trade ist und ich kann es einfach lassen. Es ist kalkulierbar, es ist berechenbar. Aber bei Unternehmen habe ich halt immer die Möglichkeit, dass sich das Unternehmen entwickelt und dementsprechend mehr wert wird. Nicht das, was es jetzt hat, aber das kann sich über die Zeit entwickeln. Die Anleihe wird sich nicht mehr entwickeln. Die ist fest gekauft, ist gekauft, ist es berechenbar. Jeder weiß, was er kriegt, jeder weiß, um was es geht. Mehr ist hier nicht mehr. Bei Aktien, also eher gesagt, bei Unternehmen habe ich immer die Möglichkeit, dass daraus mehr wird, etwas Größeres wird. Und dementsprechend gibt es immer noch genug Anreize, Aktien zu kaufen. Genau, also grundsätzlich auch gerade jetzt für diese Erstbewegungen und dann vielleicht auch für die Bewegungen der nächsten Tage oder Wochen gerade, das ist ja genau der Punkt. Wir handeln die Zukunft und wir handeln jetzt, dass die Zinsen halt wieder nach unten kommen, mittel- bis langfristig. Das ist ja der Punkt, der jetzt hier im Prinzip vom Aktienmarkt auch so ein bisschen vorweggenommen wird und angenommen wird. Und sicherlich, wenn man ruhig schlafen möchte und einem drei bis vier Prozent langfristig ausreichen und man eben damit kalkuliert, dass die Inflation natürlich auch irgendwo mal wieder zurückkommen wird, da zielt ja die Fed drauf ab, dann hat man vielleicht unterm Strich bei fünf bis zehn Jahren sicherlich ein positives Geschäft gemacht. Und vor allem, da gebe ich eben auch dem Thorsten recht, es wäre ein ruhiges Geschäft, man braucht sich nicht kümmern. Aber unterm Strich ist es halt nicht so viel. Und von daher gibt es natürlich auch in solchen Situationen Bewegungen, die nach oben laufen, mittel- kurzfristig. Sicherlich könnte man darüber diskutieren, ob der ganz lange Run wirklich erstmal weiterhin aufwärts geht oder ob nicht noch andere Punkte kommen, auch aus wirtschaftlicher Sicht, die dann vielleicht doch Rezessionsängste und sowas mit sich bringen, wo dann der Markt dann doch auch erstmal wieder nochmal einen Satz nach unten sieht. Alles möglich, denkbar. Naja, es ist wirklich alles möglich natürlich, aber auf ganz, ganz langer Sicht würde ich immer sagen, eher ein Unternehmen long. Jedes Unternehmen wird versuchen, einfach bessere Produktivität zu erreichen. Und dadurch, dass wir sowieso eine Grundinflation haben, egal wie hoch die ist, ob die jetzt hoch oder niedrig ist, diese Grundinflation, einfach diese generelle, dass alles teurer wird über die Zeit, bringt sowieso die Unternehmen dazu, höhere und höhere Substanzwerte zu erreichen. Was ja sowieso irgendwie darin resultiert, dass die Preise ganz, ganz langfristig steigen und steigen werden für eben diese Unternehmensanteile. Also der Aktienmarkt ist tendenziell sowieso dafür gemacht, eh zu steigen, über ganz, ganz lange Sicht. Und dazwischen haben wir die ganze Zeit Boom and Bust Cycles. Also es wird die ganze Zeit zu hoch evaluiert sein oder zu tief, zu hoch, zu tief, hoch, zu tief, die ganze Zeit. Und das ist genau der Grund, warum man sagt, super langfristig lohnt es sich halt in Unternehmen reinzugehen, anstatt in diese Anleihen. Und Anleihen sind kalkulierbar. Absolut, das ist kalkulierbar. Aber Unternehmensanteile sind die, die wachsen können. Eine Anleihe kann nicht wachsen. Eine Anleihe ist, was sie ist. Jeder weiß ganz genau, was passiert. Der Verkäufer und der Käufer. Das ist vollkommen klar. Bei Unternehmensanteilen kann alles Mögliche herauskommen. Deswegen ist es immer natürlich noch sehr lohnenswert, wenn man Stockpicking betreibt und sich eventuelle Stocks halt einkauft und eindeckt und versucht dann damit natürlich eine Outperformance zu erreichen, was wohlgemerkt nicht viele schaffen. Dennoch macht es dementsprechend Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wer aber sagt, ich will natürlich einfach einen easy peasy Job, ja gut, der kauft sich natürlich die Anleihen und geht auf Planbarkeit, was natürlich viele Versicherer machen. Versicherer gehen auf Planbarkeit. Rentenkassen, Rentenpensionskassen, die gehen natürlich alle auf Planbarkeit, weil da geht es eben nur darum. Da hat man gewisse Zu- und Abströme und dazwischen muss man es einfach nur passend machen. Das war es. Aber natürlich die ganzen Spekulationshäuser, die machen das nicht. Die gehen natürlich eher auf ein bisschen, wir nennen es jetzt einfach mal Risiko, auch wenn ich persönlich daran keins sehe, aber das ist ein anderes Thema für irgendwann anders da. Die gehen eher auf, wie gesagt, wir nennen es mal Risiko und gehen hin und gehen eher in spekulativere Assets rein, weil damit mehr erreicht werden kann, kann, nicht muss, kann. Genau, genau. Und von daher werden wir sehen, wie es sich am Ende entwickelt. Wichtig ist ja sowieso, wenn man tradet, klar, Stockpicking hat man gegebenenfalls eben vielleicht auch teilweise weitere Stops oder geht anders heran. Aber wenn wir jetzt im Trading sind, ist die Entscheidung ja am Ende die eine, aber das Risikomanagement das andere. Und jeder Trade kann schief liegen und dann hat man halt am Ende einen Ausstopper oder vielleicht auch zwei. Und dann muss man sich vielleicht neu resetten und mal gucken, vielleicht hat sich was geändert. Vielleicht hat man vielleicht auch einen Knick in der Optik und denkt sich, okay, oder Knick im Denken, ja. Und muss dann vielleicht nochmal gucken, ob man da vielleicht schief liegt oder sich eben umjustieren muss. Morgen kann die Welt ja schon wieder ganz anders aussehen. Und das schreibt auch der Marcel, dass er natürlich auch alles schnell drehen kann. Die Gedanken, die man sich heute macht, die können vielleicht am Montag schon wieder anders sein. Ja, ja. Das ist ja das Tolle für uns als Trader. Das ist genau das Tolle. Wir haben jeden Tag was Neues und wenn wir das richtig interpretieren können, verstehen können und dann auch noch technisch die Umsetzung von den Institutionen sehen, können wir uns wieder positionieren. Jeden Tag aufs Neue. Und genau deswegen haben wir jeden Tag aufs Neue, also Montag bis Freitag natürlich, haben wir die Möglichkeit, hier auch zu handeln und unser Leben daraus zu gestalten. Das heißt also, mit der Zeit gut werden, besser werden und irgendwann einfach davon zu leben. Das ist das Tolle. Das wird als Langzeitinvestor natürlich auch gelingen. Allerdings ist das Ganze ein bisschen schwieriger oder eher gesagt, es dauert länger. Das heißt, wir sind dort sehr passiv, können da uns viel, viel Zeit lassen für unsere Entscheidungen. Dadurch wird es aber auch länger dauern, bis wir natürlich ein Portfolio aufbauen, weil wir nichts aktiv machen müssen. Dadurch haben wir viel, viel Zeit. Heißt aber wohl, die ersten paar Jahre heißt es einfach nur besparen, besparen, besparen und das immer wieder weiter reinvestieren. Und clevere Entscheidungen treffen, was im Trading übrigens auch ist. Immer weitere clevere Entscheidungen treffen. Nur wissen wir da meistens schon nach mehreren Minuten oder Stunden schon unser Ergebnis und können das wieder weiter reinvestieren, wo der Zinseszinseffekt dementsprechend ein bisschen besser dasteht als beim Investment. Dafür, es gibt auch wieder da einen Nachteil, das Trading ist irgendwann Schluss. Also wenn ihr irgendwann mal tradet mit Millionen, vielen Millionen, werdet ihr merken, dass ihr nicht mehr so einfach in die Märkte reinkommt. Aber bis dahin könnt ihr natürlich sehr schnell dahin skalieren, was ein Investment oder ein Investor nicht schafft. Aber ein Investor kommt darüber hinaus halt auch noch immer weiter und weiter, weil die Frage der Liquidität erst später kommt. Also sprich, die Problematiken treten dort erst später auf. Kommen dann auch irgendwann, aber das dauert wesentlich länger, weil man halt einfach mehr Zeit hat. Und mehr Zeit heißt, es gibt viel mehr Umschlag. Das heißt, man kann halt reinkommen. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du jetzt auf dem Rechner einen Chart? Ansonsten, vielleicht springen wir sonst mal zu Daniel oder so, weil die Frage stellt sich vielleicht... Oder wir sollten mal zu dir springen, wenn du mal... Es wäre besser, ich habe leider, ich bin am Mac, also ich habe zwar meine Charts, die könnt ihr nicht sehen, aber das liegt an meinem Windows-PC, wo ich gerade drauf schaue, aber ich habe hier am Mac das Go-To-Webinar drauf. Also ich persönlich sehe die Charts, ja. Die Futures schaue ich mir die ganze Zeit an, wie die hin und her zimmern. Muss ich auch den Metatrader genau... Nein, können wir einfach mal zu dir schwenken. Muss ich da was machen dafür? Nee, ich mache das. Moment, ich mache nur mal kurz Trading-View auf. Ich habe jetzt den Metatrader auch gerade geschlossen. Moment. Was denn jetzt hier? Hier was. So. Moment. Zack. Ich muss Stop-Show-Ming-Screen machen wahrscheinlich, ne? Nee, brauchst du nicht. Du brauchst nichts machen. Ich schalte das jetzt hier um. Dann haben wir weiter für den Bloomberg bei mir, aber noch passiert da nicht. Wie gesagt, wir warten halt jetzt tatsächlich auf 19.30 Uhr. Gehen mal, nehmen jetzt mal hier Gold nach Hause. Ah, gut. Trading-View hätte ich natürlich auch aufmachen können. Ja, machen wir es mal so. Das ist nicht schlimm. Du hast einen Euro-Dollar auch schon. Oder Moment. Machen wir mal den Minenschart. Schauen wir uns jetzt erstmal einen Euro-Dollar an. Können wir natürlich dann eben auch zum S&P gleichmals schwanken. Vielleicht ganz kurz erklären, was passiert jetzt da am Markt? Wenn man jetzt... Eigentlich passiert ja nicht viel. Kann man jetzt daraus schon irgendwas lesen, dass da irgendjemand aktiv wird oder eigentlich noch gar nicht? Ja, nee, da können wir noch nichts Großartiges machen. Nur hier haben wir jetzt den Euro-Dollar. Heute interessiert sich jeder für den Dollar, nicht für den Euro. Und da ist letztlich genau das umgekehrte Beispiel. Weniger Zinsen in Zukunft, was wir erwarten, ist nicht so positiv für den Dollar. Auf Sinne von Renditen, die er abwirft. Klar, weil wir kriegen ja weniger Prozent. Ergo macht natürlich, dass den Dollar nicht so attraktiv ist. Entschuldigung. Und dementsprechend ist es genau das umgekehrte Verhalten als zu den Aktien. Ganz klar. Können wir mal den... Dass es jetzt gegen den Euro ist, ja, ist jetzt erst einmal egal, weil heute Abend interessiert erst einmal nur der Dollar-Part. Den Euro gibt es jetzt in dem Moment nichts Neues, dementsprechend. So, da sehen wir den S&P 500 jetzt an der Stelle. Der hat erst einmal auch die Reaktion ähnlich wie der Euro nach oben gesehen und kommt jetzt wieder so ein bisschen zurück. Und vielleicht nochmal, hast du eine Erklärung dafür, warum der häufig erst mal die ein oder andere Richtung sieht und dann gerne nochmal in dieses Ausgangsniveau zurückkommt? Weil wenn man, das sieht man ja ganz, ganz häufig und das sind ja auch viele, die das im Prinzip handeln, dass man so sagt, okay, hier haben wir so einen Bereich, da hat der quasi die Bewegung gestartet, ja, und dann ist es nicht selten so, dass dann zumindest nochmal so die Tendenz in diese Ausgangsrichtung zurückläuft. Es geht um Liquidität. Ich meine, jetzt sind erst einmal, einiges liegen ja falsch. Einige sind richtig. Jetzt geht es mal darum, erst einmal die Richtigen, die werden vielleicht sogar weiter aufstocken, die, die falsch sind, die schmeißen erst einmal ihre Position wieder zum Markt zurück, um ihre Verluste zu begrenzen, bevor das jetzt weiter und weiter geht. Und wieder andere sagen sich, super, ich bin ein kurzfristiger Händler, ich habe jetzt eine Chance, kurz antizyklisch dagegen zu gehen, weil natürlich ich jetzt reinkomme, Stops fliegen, Leute falsch sind und dementsprechend eine kurze Korrektur kommen kann. Und das kommt alles zusammen. Und das ist, was wir jetzt hier tatsächlich halt sehen. Erst einmal, wie gesagt, ist es eher etwas längerfristig für die Long-Richtung. Aber wie lange seid ihr bereit, für diese Info, die ihr nun habt, zu zahlen? Seid ihr bereit, wenn es 100 Punkte höher steht, immer noch zu kaufen? Vielleicht. Seid ihr bereit, noch nach, ich übertreibe, jetzt im ES bei 1000 Punkten noch bereit zu kaufen? Oder würdet ihr sagen, wow, da ging ein paar Minuten, 1000 Punkten? Dann werdet ihr auch alle sagen, das ging wohl zu weit, ich warte, bis er wieder zurückkommt, um bessere Preise zu kriegen. Noch etwas. Wie wird denn eine Institution, oder eher gesagt, die institutionellen Händler bewertet? Genau, am Durchschnittsvolumen. So, das Durchschnittsvolumen liegt nicht da oben, was gerade passiert ist. Das Durchschnittsvolumen von heutigem Tag liegt tiefer, viel, viel tiefer. Ergo, wer Long kaufen muss und jetzt kauft, wird wohl eher eine schlechte Position sich aufbauen. Weil da wird dann irgendwann gesagt, hey Kollege, der mögliche Durchschnitt war heute 300 Punkte tiefer. Also, du scheinst nicht gut zu sein. Mach das noch ein paar Mal, du bist dein Job los. Auch das kommt hier dazu. Aber da würde ich gerne drauf weiter eingehen. Aber ja. Genau. Ja, Markus? Macht Sinn, sich jetzt, ich habe es jetzt gerade mal hier gelb eins gezeichnet, sich mit dem Bereich dort als potenziellen Kaufbereich zu beschäftigen? Oder sollte man sich was anderes... Man kann das ruhig mal drin lassen, aber das wäre ja dann nur stark technisch betrachtet. Uns fehlt jetzt erst mal A, das Volumen, weil wir handeln immerhin hier ein Produkt. Wir sollten das als Futures anschauen, ein Produkt, wo wir natürlich Volumendaten haben. Und da alle anderen das halt auch nutzen, sollten wir das ebenfalls tun. Man kann das ja gern auf Futures analysieren und dann im CFD-Bereich umsetzen, wenn man möchte. Also sprich, kann es auch ohne Probleme dann bei JFD auch handeln. Aber wir sollten das schon mal nutzen und uns anschauen. Weil wie gesagt, jeder andere nutzt diese Daten. Das ist einfach ein Markt, wo es halt gar umgebe ist, dass man das nutzt. Und zweitens sollte man auch natürlich das Ganze immer noch im Kontext sehen, was jetzt gleich passieren wird. Wo sind wir? 1921? Das heißt, wir haben jetzt noch 9 Minuten, 8 Minuten 30. Und dann sollten wir das auch noch im Kontext setzen zu dem, was jetzt bald die FED sagen wird. Besonders in Zukunft. Einfach nur, weil hier ein technisches Level ist. Bringt nichts. Stellt euch vor, Paul kommt jetzt ans Mikrofon und sagt ja. Übrigens, wir sehen, die Inflation ist wesentlich kritischer als unsere Wirtschaft. Wir werden alles dafür tun, dass die Inflation herunterkommt und werden, wenn es sein muss, beim nächsten Mal auch gerne 100 Basispunkte erhöhen. Boom. Dann knallt das hier runter. Dann gibt es kein Halten mehr. Ja. Man muss das im Kontext sehen, was passieren wird. Ja, natürlich könnte man hier an diesem, ich nenne es mal Startlevel Handel, weil irgendwo da Leute falsch sind und die vielleicht ihre Loser halten, bis es da hinkommt und dann wieder ihren Stop auf Break-Even zu kriegen. Aber ganz ehrlich, das wäre zu hart an Spekulationen. Ich würde nicht mein Geld darauf so verwetten. Okay. Die Frage kam, ich weiß nicht, du bist ja nicht so der Gold-Händler. Ich gehe mal ganz kurz auf Gold drauf. Hast du dazu eine Meinung? Handelst du überhaupt Gold? Oder wie siehst du jetzt Produkt Gold in der Situation heute in Kombination mit der Fett-Zins-Entscheidung? Genau, ja. Also ich bin tatsächlich nicht so der Gold-Händler. Sorry dafür. Aber erst einmal, Gold wird natürlich in Dollar gehandelt. So, also hauptsächlich. Und gerade wenn wir uns das anschauen, dann ist natürlich klar, wenn der Dollar schwächer wird, was sollte das dann für das Gold bedeuten? Dann wird der Gold stärker. Das ist genau der gleiche Grund, warum gerade der Euro stärker wird gegenüber dem Dollar, weil der Dollar schwächer wird. Das heißt also, es zählt hier genau das Gleiche, wie wenn wir uns den Dollar gegen irgendeine andere Währung anschauen. Da ändert sich nichts. Das ist genau das Gleiche. Und das ist der Grund, warum man Gold hier ähnlich betrachten kann. Aber die Spezifikation selbst, Gold, ist schwierig, weil was ist denn Gold? Was kann denn Gold? Also ich kann mir Gold machen, kaufen, super. Ich kann mich draufsetzen wie ein Huhn und kann versuchen, da was auszubrüten, aber es kommt nichts heraus. Eine Währung kommt etwas heraus. Da steht eine Volkswirtschaft hinten dran. Da kommen Zinsen heraus. Bei einem Unternehmen kommen Dividenden oder keine Dividenden, aber dafür kann das Unternehmen ihren eigenen Unternehmenswert erhöhen, was dann natürlich die einzelne Aktie stärkt. Aber was macht bitte Gold? Das ist genau das Gleiche wie Krypto. Was macht bitte Krypto? Ich habe keine Ahnung. Ergo ist das für mich etwas, was ich nicht bewerten kann. Ich habe jetzt Gold-Dollar. Denn das Gold zu bewerten ist schwierig, weil letztlich beruht der Goldpreis auf einen Teil Dollar, aber auf einen anderen Teil, auf the greater fool theory. Das heißt also, ich muss einen anderen Idiot finden, der einfach zum höheren Preis kauft. Bei Unternehmen weiß ich, dass hier eine Wertigkeit entstehen kann oder auch vernichtet werden kann. Egal wie, ich kann die Richtung finden. Wie mache ich das bei Gold? Keine Ahnung. Dementsprechend interessiert mich persönlich Gold nicht so. Ich nutze es auch nicht, um irgendwas abzusichern. Genau, du hast es ja gerade gesagt. Ich habe es jetzt gerade nochmal eingeblendet. Also die orangefarbene Linie ist Gold. Dann haben wir daneben den Euro-US-Dollar als Kerzenschart. Und man sieht auch hier jetzt heute wieder, wir hatten das in den letzten Tagen ja auch in diversen Events besprochen, dass im Prinzip der Goldpreis jetzt ähnlich performt, in Anführungsstrichen, wie jetzt der Euro-US-Dollar in diesem Falle. Und du hast es wunderbar beschrieben gerade, dass aktuell, gerade wenn eben, auch wenn man es mal ganz stumpf betrachtet, man hat zwei Märkte, die irgendwo gleich laufen. Und ich verstehe vielleicht den Euro-US-Dollar auch besser. Du hast es gerade erklärt. Da kann man eben eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, die Bewegungen viel besser verstehen, beziehungsweise auch begründen. Und dann kommt noch hinzu, je nachdem natürlich, welches Produkt man handelt, aber dass eben der Goldhandel an sich im Verhältnis zum Forex-Euro-US-Dollar, dass man dort mitunter eben auch mal schlechtere Spreads bekommt und so weiter. Also ist da natürlich auch in aktueller Situation der Euro-US-Dollar eigentlich gerade mit der Verzinsentscheidung, gerade und wenn ich dann auch noch im Verhältnis zum Gold eh einen positiv korrelierenden Markt habe, auch aus meiner Sicht, wenn dann der Euro-US-Dollar eigentlich der interessantere Markt und bessere, wenn man das vielleicht so nennen darf. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Genau. Ja. Wir haben halt immerhin, hinter dem Euro steht halt immer noch eine Volkswirtschaft, die versucht natürlich zu wachsen. Aber Gold selbst, das wird halt aus der Erde rausgeholt, man kann es ein bisschen in der Industrie nutzen. Natürlich, es gibt schon so ein paar Faktoren, wo ich sagen kann, okay, Gold selbst als Metall kann schon gewisse Rollen einnehmen, die wir auch in gewissen Bereichen benötigen. Aber das Asset Gold selbst kann erst einmal nicht viel. Kann aber nicht viel. Es gibt mir keine Dividenden, es gibt mir kein Future Cash und nichts. Es ist nur, wer ist später dafür bereit, mehr zu zahlen. Natürlich habe ich das bei anderen Rohstoffen auch. Zum Beispiel bei Öl ist irgendwo genau das Gleiche. Aber Öl immerhin wird überall benutzt. Es ist überall steckt Öl drin, bis zum Umfallen. In der ganzen Wertschöpfungskette kommt fast immer Öl vor. Also es wird selten irgendwelche Unternehmen geben, wo man sagt, die haben kein Öl. Und selbst wenn man in den Internetunternehmen nimmt, die nichts anderes machen, außer nur Online-Sachen, selbst die haben trotzdem irgendwie Öl, das sie brauchen. Weil selbst wenn sie eine Maus haben, die aus Plastik besteht, ist da auch schon wieder Öl dabei. Also egal wie, Öl ist überall. Gold muss nicht. Ja, es gibt, wie gesagt, gewisse Anwendungsbereiche. Da wird Gold schon verwendet. Aber das ist von, wenn wir das umrechnen würden, in dem, was Gold dann wert sein müsste, da wäre der Goldpreis viel, viel, viel tiefer. Sehr, sehr viel vom Wert des Goldes ist the greater fool theory. Also finde einen größeren Idioten als mich selbst, der zu einem höheren Preis kauft. Olaf schreibt, Gold ist seit 5000 Jahren nichts, aber es ist hübsch anzusehen. Genau. Ja, André, schreib jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher eben, dass du, lieber Marco, dich doch endlich mal mit der Kryptowelt beschäftigen sollst. Ist natürlich heute jetzt nicht Thematik. ist mal vielleicht für einen Dienstag ein Punkt, wo wir mal ein bisschen tiefer in die Gedankenwelt oder in die Kryptowelt eintauchen können. Das werden wir heute mal komplett sein lassen. Wir haben jetzt bald die Pressekonferenz. In einer Minute in etwa oder in zwei Minuten geht es los. Ja, in zwei Minuten geht es runter. Wie ist denn jetzt der Gedanke oder wie würde man jetzt weitermachen an der Stelle? Oder was machen wir jetzt? Was ist jetzt dein Gedanke? Also mein normaler Ablauf wäre folgendes, wäre normalerweise, dass ich mir jetzt einfach die ganze Zeit den Livestream bei YouTube anhöre von der FED und ich mir das einfach anschaue. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, weil ich müsste dann recht hoch konzentriert die ganze Zeit dazuhören. kann er nicht wirklich reden und höre es mir halt an. Das wird halt jetzt schwierig. Vielleicht eine Frage, vielleicht hat Daniel irgendwas, was er uns zeigen könnte. Also wir könnten mal den Bildschirm zu mir rüber geben. Markus, wenn es geht, können wir uns jetzt vielleicht live mal was anschauen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen Bildschirm finde. Ich könnte ja im Hintergrund mal versuchen, einfach ein bisschen mitzuhören, um was es geht und schaue mir das Ganze mal an. Wenn ich was habe, werde ich einfach mal kommentieren, ja? Alles klar, genau. Also, zum Beispiel, ihr seht jetzt hier gerade einen Live-Trade. Das ist der S&P 500 und ich habe natürlich hier die Orderflow-Software an und habe einfach gesehen zu diesem Zeitpunkt, dass hier vom Tag etwas Volumen natürlich liegt. Das können wir uns mal anschauen. Eine Sekunde bitte. So, wir gucken einfach mal, was heute über den Tag war. Schauen wir uns das mal, naja, das ist vielleicht nicht ganz ideal. Noch mal diese Abwärtsbewegung hier. So. Eins noch zwischendurch ganz kurz. Das ist genau der Grund, warum ich auch überhaupt ausbilde und warum Daniel und ich das ganze Ausbildungsunternehmen gegründet haben. Seht ihr das? Ich konnte jetzt nicht handeln, weil wir hatten ja jetzt gerade Webinar gemacht und Daniel handelt das, da Daniel jetzt mittlerweile halt schon in der Verwaltung mit drin ist und da nicht zusammen halt jetzt das Matterkapital verwalten, wächst dennoch auch mein Batzen mit, obwohl ich nichts gemacht habe. Und das ist auch genau der Grund, warum wir ausbilden. Wir wollen die Trader ausbilden, die dann auch letztlich für uns arbeiten und mit uns halt unsere Vision von unserer Eigenverwaltung immer größer und größer machen. Und das ist das Tolle, tatsächlich ein richtig cooles Beispiel, weil normal würde ich jetzt hier sitzen und müsste das alles selber machen. Aber ich konnte jetzt einfach ein bisschen Wissen teilen und hintenrum lief es dennoch. Das finde ich halt super cool und ich finde, das passt einfach gerade. Deswegen musste ich, sorry, kurz reingrätschen, weil das ist genau die Vision von Marder. Genau das ist die Vision. Und Markus ist vielleicht bald der Nächste. Wie will ich sie? Genau, also vielleicht schauen wir es uns einfach mal an. Es ist klar, wenn jetzt Paul am Mikrofon ist und ich kriege es jetzt auch gerade nicht mit, dass ich den Trade natürlich jetzt aggressiv verwalten, aggressiv absichere. Weil wenn er jetzt gegen mich kommt, dass ich zumindest noch ein bisschen was mitnehmen kann. Aber warum der Trade überhaupt erfolgt ist? Marco hat es ja vorhin schon sehr, sehr gut erklärt, dass wir eine gewisse Annahme getroffen haben, was wir handeln wollen. Diese Annahme wurde ja bestätigt. Das heißt, wir wollten long sein. Jetzt war es leider nicht möglich, das Ganze long zu handeln, weil in dem Moment, als der Zinsentscheid kam, sehen wir, dass der Markt nochmal runterkam, Liquidität genommen hat, dann extrem long ging. Und in dieser Spanne war es nicht möglich, überhaupt zu handeln. Also man konnte gar nicht reinkommen. Es ging nicht. Es ist unmöglich, weil in dem Moment, wo du drückst, die Spreads sind so weit auseinandergezogen, du kannst nicht vernünftig handeln. Also musste ich warten und musste schauen, was der Markt mir gibt. Und es ist klar, jetzt Pressekonferenz, jetzt kann sich alles wieder wenden. Das ganze Blatt kann drehen. Aber da ich gerade long bin, ja, und jetzt schon raus, das ist eben dieser kurzfristige Handel. Und hier sind wir natürlich in der Zone, wo wir durchaus auch den Short spielen könnten. Aber ich war eben long, weil ich eher den long spielen wollte. Und somit muss ich aggressiv absichern, zeitgleich zu dem, wenn jetzt die Pressekonferenz kommt. Aber der Einstieg ist erfolgt aufgrund des Verständnisses. Einmal ist logisch, wenn der Markt doch wegläuft, ja, wo soll er denn noch hin? Wenn doch schon jeder long ist, irgendwo Gewinne mitnimmt, ist klar, dass er mir irgendwann mal wieder entgegenfliegt. Und wenn ich sehe, dass hier Käufer reinkommen, dann ist doch automatisch, dass ich dann versuche, in diesen Long Trade reinzukommen und zumindestens die Spanne zwischen 19 und 19,30 jetzt versuche zu handeln und daran ein Stück weit zu antizipieren. Und das ist eben, was ich jetzt gemacht habe. Und jetzt müsste man natürlich mal wieder rüberhören zu Marco, was da gerade los ist, weil ich kriege da natürlich jetzt gerade gar nichts mit. Und vielleicht könnte man dann hier wieder was finden. Ich weiß nicht, Marco, wenn du vielleicht übernehmen willst. Nein, nein, hier ist noch gar nichts passiert. Das ist ja jetzt erst mal, er liest jetzt erst mal das Statement vor, was wir uns vorhin ja auch schon zusammen angeschaut haben. Jedes Mal am Anfang macht er das ja. Das bringt halt jetzt natürlich noch mal minimalst Liquidität, weil natürlich ein paar Algos wieder drauf springen. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Jedes Mal das Gleiche. Wir müssen jetzt warten, bis die Fragen kommen. Genau, und das seht ihr im Endeffekt ja auch jetzt hier wieder im Chart. Letztendlich ist das Entscheid, wir haben den Long. Und dann ist erst mal eigentlich gar nicht wirklich viel passiert, sondern der Markt wartet auch irgendwo ab, was jetzt kommt. Weil das Wichtige hat ja Marco vorhin gesagt, der Ausblick ist hier ein Stück weit entscheidend. Also, dass die um 75 Basispunkte heute erhöhen, ja, die Wahrscheinlichkeit, die war sehr groß, dass sich da nichts ändert. Das heißt, das war eh schon vom Markt vorweggenommen und eingepreist. Und jetzt ist halt eben sehr, sehr entscheidend, was rauskommt in der Pressekonferenz. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir tiefere Preise sehen, und das ist das, was er gerade auch macht, um mich hier unten wieder einzukaufen. Also, wenn ich Long sein will, dann will ich natürlich bessere Preise. Es macht keinen Sinn, hier am Tageshoch eigentlich gerade jetzt zu kaufen, sondern wenn, dann würde ich eher tiefer kaufen. Außer, ich habe natürlich Future-Charten und habe gesehen, dass Käufer in dem Moment reinkommen. Dann kann ich das sehr, sehr kurzfristig tun. Und das ist eben das, was ich eben gezeigt habe, was ich gemacht habe. Sehr schön, sehr schön. Also, am Anfang, also erst mal die Reaktion abwarten, immer ganz wichtig, um jetzt vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu bringen. Die erste Reaktion, wir sehen, in diesem Falle war sie wirklich in der Tat nicht ganz so stark, muss man sagen. Ja, wir hatten da schon Zinsentscheidungen, wo die Reaktion des Marktes wirklich viel, viel stärker war. Auch die Spreads teilweise noch weiter auseinander gingen. Heute war es ja wirklich recht verhalten. Dann kam eine kleine Gegenreaktion und du hast dich eben durch diese Gegenreaktion und hast dich da entschieden, mal kurz gegen zu gehen, um jetzt eben abzuwarten und zu gucken, okay, was kommt jetzt mit der Pressekonferenz? Und ob es da eben dann eben tendenziell erst mal direkt weiter nach oben geht oder aber der Markt vielleicht nochmal die Möglichkeit, einem gibt, auf anderen Ebenen reinzukommen. Du hast es gerade angesprochen. Du schaust aufs, in diesem Falle Volumen Profile, auf Basis der aktuellen Abwärtstendenz beziehungsweise schaut man eben natürlich auch so ein bisschen, okay, was hat die heutige Kernhandelszeit vielleicht da schon so ein bisschen gebracht? Und der Markt ist nicht ganz, aber fast auf die Hochs der Kernhandelszeit aufgelaufen und dann wieder nach oben gezogen. Achtest du auf den Unterschied zwischen der Kernhandelszeit, also ab 15.30 Uhr? Oder was machst du, also was ist für dich wichtig da? Ja gut, wenn wir uns jetzt mal das zum Beispiel anschauen, das ist jetzt wirklich Markt open und wir sehen, was dann eigentlich passiert ist. Wir hatten hier Volumen und als der in diesen Low Volume Area Bereich reingetickt ist, halt, das ist Blödsinn, wir müssen es uns so angucken, da war ja nichts. Hier ist der Markt einfach weggelaufen. Es waren Käufer da und es kam keine Gegenseite rein. Jetzt seht ihr gerade, dass er schön long geht. Also wo soll er denn hingehen? Also entweder geht er hier runter, wo wirklich Liquidität war, weil hier liegt Liquidität, aber hier, hier gab es ja keine Gegenseite. Es wurde ja hier einfach alles überrannt und das seht ihr hier im Volumen. Hier wurde fast nichts gehandelt eigentlich und trotzdem ging der Markt long und erst hier oben wieder wurde gehandelt. Der Markt hat sich runtergehandelt und als ich dann gesehen habe, dass hier wieder Käufer reinkommen, ist klar, dass ich dann versuche, will in den Long reinzuspielen. Und das sieht man eben sehr, sehr gut über Futures und man kann das im Endeffekt einfach nutzen. Und jetzt geht die Pressekonferenz los, schätze ich mal, weil jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Genau und du sagst gerade, das Volumen Profile ist ja nicht das, was du dann, also die Volumendaten ist ja dann nochmal wieder, warum was anderes? Das sieht man ja jetzt am Volumen Profil nicht, wo man eben schaut. Käufer kommen rein, Verkäufer kommen rein, ist natürlich nochmal eine Möglichkeit, den Markt ganz anders zu lesen, als man das jetzt hier in dem Bilde jetzt sieht. Genau, also wie gesagt, Marco hast ja vorhin gut gesagt, wir hatten ja auch ein schönes Webinar über die Bewertung, wie Trader bewertet werden und da kann man eben gewisse Dinge einfach rauslesen aus dem Volumen Profil, wo lag in der Vergangenheit Volumen, wo wurde viel gehandelt und das nutze ich eben so. Ich wollte es einfach ein bisschen veranschaulichen, weil man denkt immer, dass wenn eine große Kerze ist, ist, dass da extrem viel gehandelt wird und da muss ja voll gekauft werden. Das ist aber nicht immer zwangsläufig so. Das könnte einfach sein, dass die Gegenseite hier fehlt und dass hier wenige Käufer sogar den Markt hochkaufen und das wollte ich eben dadurch mal erklären und mal zeigen, was da eigentlich dann wirklich passiert. Jetzt kam hier eben, wie bist du eingestiegen, ob du dich jetzt mit einem Buy-Stop positioniert hast? Wahrscheinlich in dem Fall nicht, weil das wäre ja ein... Market. Market und Stop einfach unter die Kerze. Ja, okay. So, das war eine schöne Ein-Minuten-Short-Kerze zum Skalpen, schreibt der Marcel jetzt hier gerade rein. Ja, das ist natürlich, es lädt immer so ein bisschen ein, schnell irgendwie was zu machen, aber meiner Meinung nach muss man da immer sehr, 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 sehr vorsichtig sein in solchen Situationen, da dann eben, ja, weil die Kerze ist jetzt schön, aber vorher waren es eben 30 Kerzen, die nicht so schön waren. Also von daher, wenn man auf die Minutenkerze schaut, klar, Volatilität lädt immer ein, aber ich rate ja immer da wirklich zu Vorsicht, ja, und nicht zu viel zu machen, ganz wichtig immer, das ist der wichtige Punkt, ja, genau. Marco, von deiner Seite, gibt es irgendwas Interessantes? Ja, natürlich, absolut. Also der Markt geht crazy, aber es ist klar, letztlich hat Paul was gesagt, was absolut nicht wirklich erwartet wurde. Ergo, Limiter, alles weg, weg, weg. Keiner war mehr bereit, irgendwie Preise zu stellen und dann musste eine neue Preisfindung stattfinden. Boom, das Ding ist nach unten gekracht. Was war der Grund? Paul letztendlich sagt, ja, wir haben noch nicht das Level erreicht, was wir erreichen wollen. Sprich, die Inflation ist wichtiger, als die Wirtschaft zu haben. Boom, und es kracht sofort nach unten. Genau das, was ich schon vorab auch gesagt habe, weil letztlich haben wir diese zwei Komponenten. Wir haben den Arbeitsmarkt, sorry, den Arbeitsmarkt, also den Jobmarket und das bedeutet auch die Wirtschaft und wir haben die Inflation. Und letztlich ist das Gleiche gesagt worden, was ich hier schon mal erwähnt habe, in irgendeinem Dienstags-Webinar und zwar auf gut Deutsch mit meinen eigenen Worten, der Arbeitsmarkt wird geopfert, damit die Inflation runterkommt. Punkt. Heißt, Wirtschaft bergab und dementsprechend kriegen sie die Inflation irgendwann hin. Das bringt den Markt, wie wir sehen, erst einmal sofort nach unten. So, und jetzt sind wir da und jetzt geht es natürlich weiter. Dann kommen dann bald die Fragen rein. Wie soll das denn gemacht werden? Wie kann die FED das hinkriegen, dass es vielleicht stabil hinbekommt, dass dann der Markt eben doch nicht abschmiert und das könnte sich nochmals drehen, je nachdem, was Paul halt sagen wird. Also das wird jetzt wild hin und her gehen. Man sieht auch das Orderbuch, also ihr könnt es nicht sehen, aber wenn ihr die Daten habt, das ist recht dünn. Also es wird nicht viel gehandelt. Das sind immer nur wenige Kontrakte, die den Markt jetzt hoch und runter bewegen, weil jetzt einige erst mal sagen, abwarten, abwarten. Also das ist jetzt eigentlich viel Algos, die jetzt einfach hier rumknallen, wie die Verrückten. Genau. Es ist auch nett zu predikten, vielleicht um das jetzt noch mal vorweg zu nehmen, gerade weil du vorhin gesagt hast, dass irgendjemand hatte im Chat geschrieben, hey, das ist jetzt schön zum Skalpen. Ich sage, das, was jetzt gerade passiert, das ist eigentlich sehr unschön, weil du kannst es nicht predikten gerade. Und das ist super, super schwer. Du kannst dir den Zinsentscheid sehr, sehr gut predikten, kannst sagen, okay, was war das Ergebnis? Haben wir die Annahme getroffen? War das sinnvoll? Das können wir versuchen dann technisch umzusetzen, so wie ich es eben gemacht habe. Aber jetzt gerade, während Paul redet, ist es super, super schwer, irgendwie was überhaupt zu handeln, weil du weißt ja nicht, was der sagt in diesem Moment. Und deswegen würde ich gerade jetzt, und ich kann jetzt auch nichts zeigen, dass ich da irgendwas eingehe, weil alles, was ich jetzt gerade machen würde, und ihr seht, der Markt kann runter, kann sofort wieder dort oben stehen. Es ist fast nicht möglich zu handeln aktuell. Also nichts Sinnvolles, um ehrlich zu sein. Genau, außer er hätte jetzt natürlich die eierlegende Wollmöchse. Wenn er jetzt irgendeine Lösung präsentiert, wo jeder sagt, boah, was, Inflation geht damit wirklich runter? Ihr könnt das und ihr kriegt den Jobmarkt gerettet, also sprich die Wirtschaft, dann ja, aber darauf muss man warten. Das kann man nicht technisch sehen. Das heißt, das Wort abraten, was er sagen wird. Genau, und jetzt versuch doch hier mal, mit einem kleinen Stopp hier reinzukommen. Das ist nahezu unmöglich. Also es ist, jetzt zu handeln wäre Zockerei. Und das mache ich ungern. Genau, nein, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also da jetzt da eben wild rein und raus. Man sieht ja, wie schnell der wirklich um viele Punkte, also wir reden ja jetzt hier immer mal schnell um zehn Punkte hoch, zehn Punkte runter. Und der Ali fragte jetzt gerade dieses blaue Volume Profile, wie kann man da jetzt Käufer und Verkäufer sehen? Ich sagte ja gerade, das sieht man da drin natürlich jetzt nicht direkt, sondern das sieht man im Orderbuch, wenn man da reinschaut. Das sieht man jetzt bei euch hier nicht. Vielleicht habt ihr es mal kurz da. Ich weiß nicht, Daniel, ob es du auf deinem Screen hast. Ja, ich kann es dir zeigen. Ich habe sonst, muss hier mal ganze Screens umbauen. Sonst verstellt man das alles. Weil die Software, das ist ja eine professionelle Software, wo wir gerade sehen. Und da ist alles eingestellt. Wenn ich da jetzt was rumschiebe, dann zerschießt es mir die ganzen Monitore. Von daher geht es... Da gibt es aber Videos dazu auf YouTube. Da habe ich einige Videos mittlerweile schon gemacht. Da kommen ständig neue. Am besten da einfach mal reinschauen. Da findet ihr das sofort. Da seht ihr das. Da gibt es auch Beispiele zu genau dem, was jetzt passiert, nur natürlich zu einem anderen Meeting, also zu anderen Nachrichten, aber es ist genau das Gleiche passiert da gerade. Also da findet ihr es. Keine Angst. Genau. Und da, ich sage mal, auf diese ganzen Details, da gehen wir auch gerne immer in den Dienstagswebinaren ein, beziehungsweise können wir es dann eben auch mal machen. Aber wie du schon sagst, auf YouTube gibt es da dann eben auch immer eine ganze Menge von deiner Seite, beziehungsweise von eurer Seite anzuschauen. Von daher ist jetzt natürlich immer sehr viel, was aufeinander kommt. Der Markt ist schnell. Man hat viele Gedanken, die Pressekonferenz, den Markt und zwei Trader, drei Trader. Da kann man natürlich auch alles nicht en detail erklären, aber das Wichtige ist ja, um das Ganze immer mal so ein bisschen einzunorden und geht jetzt zu gucken, okay, was kommt jetzt von Jerome Powell vielleicht noch als eierlegende Wollmilchsau heraus. Ja, das ist ja das, was wir jetzt hoffen. Mal gucken, was da kommt. Ja, aber das Tolle, was wir sehen, ist ja genau das, was wir vorab erklärt haben. Das FED-Event läuft immer in zwei Punkten ab. A, es kommt die Statement. B, dann die Pressekonferenz. Jedes Mal läuft das ab und das ändert sich dann. Und das muss man verstehen, dass hier, dass das so abläuft. Also es ist einfach eine Art Event, das halt, oder Events, also zwei Events in einem Event, die immer so ablaufen. Das muss man einfach verstehen, das muss man wissen und dann muss man nur noch wissen, auf was man natürlich dann achten soll. Also man muss halt die Thematiken auch verstehen, die dann angesprochen werden, um zu wissen, ob das positiv oder negativ ist. Aber es läuft immer hier in zwei Phasen ab. Phase 1, es kommt das Statement heraus. Darauf wird oftmals dann Gewinnmitnahmen generiert und neue eröffnen natürlich auch schon wieder ihre Trades. Aber erstmal hauptsächlich die Gewinnmitnahmen plus die Spekulation, was dann in der nächsten halben Stunde, also eine halbe Stunde später, dann kommt. Und da sind wir jetzt. Und genau das kann sich jetzt ständig hin und her ändern, bis wir dann fertig sind. Wenn er fertig ist mit Reden, dann wissen wir erstmal finally, also it's done, wir wissen komplett, was herauskam. Und können dann dementsprechend schon mal anfangen zu handeln. Ja, die Woche drauf kommen dann wieder die Fettreden. Aber wir können das erstmal annehmen. Aber solange jetzt die Pressekonferenz noch offen ist, kann alles Mögliche kommen. Das gibt, weil die sagen nicht von selbst, was sie so tun werden oder wie sie es tun werden, sondern die Reporter fragen die. Da gibt es manche trickreiche Fragen und man merkt schon, wie dann der Paul reagiert, was der sagt, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber dafür muss man einfach das Game komplett verstehen. Ist möglich, dauert halt ein bisschen. Man muss einfach wissen, dass es so abläuft, wie es dann abläuft. Und das ist jetzt, was die ganze Zeit hin und her geht. Jeder versucht jetzt, ein paar Antworten von ihm zu entlocken, um letztlich dann richtig handeln zu können. Das versuchen jetzt die ganzen Reporter. Und Paul versucht auszuweichen, wenn er weiß, dass das jetzt blöd zu beantworten ist. Und wenn er weiß, dass es gut zu beantworten, wird er klar, klar darauf eingehen. Und das sind die Sachen, womit man sich halt beschäftigen muss. Man muss aber dementsprechend auch Englisch können. Das will ich auch gleich dazu sagen, weil das läuft alles auf Englisch. Genau. Florian stellt jetzt die Frage, die ich jetzt auch direkt als nächstes gestellt hätte. Du hast jetzt gesagt, nächste Woche kommen jetzt wieder die ganzen Zentralbankredner. Am Freitag kommt ja noch was Wichtiges heraus, und zwar die NFPs, beziehungsweise die Arbeitslosenquote in Kombination mit den NFPs. Vielleicht jetzt schon mal nach vorne geschaut. Ich meine, heute haben wir natürlich ganz andere Themen, aber Freitag kommt das natürlich. Wie wichtig kategorisierst du das jetzt dann eben ein für den Markt aus aktueller Sicht? Ja, das ist natürlich wieder sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen erst wissen, und das wissen wir erst, wenn die Pressekonferenz vorbei ist, was die FED jetzt priorisiert, wie sie was erreichen will. Wenn die FED jetzt gar nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben will und die drauf pfeift, ich sage es mal so salopp, dann wird es auch am Freitag nicht wirklich wichtig werden. Es kommt wirklich darauf an, was die FED jetzt, was und wie sie es erreichen will. Das ist jetzt entscheidend, ob Freitag wichtig wird oder nicht. Wie wahrscheinlich kategorisierst du es ein, dass es sehr unwichtig wird? Ja, das wird immer wichtig sein. Ich wollte aber einfach jetzt nur einfach ein Beispiel machen, damit man versteht, um was es eigentlich jetzt geht. Es geht nicht darum, dass es immer wichtig ist. Es geht darum, wer sind diejenigen, die die Macht haben, die Märkte zu bewegen oder Einfluss darauf zu haben. Na, was schauen die? Es geht um Verständnis. Es geht nicht um Sachen, die immer funktionieren, weil es einfach nicht immer funktioniert. Es gibt wirklich die Möglichkeit, dass die FED sagt, wir opfern unseren Arbeitsmarkt, wir opfern die Wirtschaft, um den Inflationsziel hinzulegen. Wir werden das nie so sagen. Aber letztlich wird es dann noch darum gehen. Und ja, darauf müssen wir achten, weil wenn die FED zum Beispiel den Arbeitsmarkt wesentlich wichtiger einschätzt als die Inflation, weil sie glaubt, wir sind am Peakpunkt langsam angelogen, dann werden natürlich die Arbeitsmarktdaten so viel mehr wichtiger werden als jetzt sonst ein normaler NFP-Tag wäre. Es geht also immer ums Verständnis, wo wir uns gerade befinden. Das kann sich ändern. Manchmal gibt es NFPs, die kommen schlecht raus und das ist dennoch gut für den Markt. Genau. Es geht um das vorherige Verständnis und das im Kontext zu setzen. Das ist ja nochmal der nächste Punkt dann, dass man dann eben auch noch verstehen muss, okay, NFPs sind wichtig, aber inwiefern ist es dann zu verstehen, dass eventuelle Ergebnisse dann eben für Long oder für Short sprechen. Das ist ja nochmal der nächste Punkt, der dann wichtig ist. Genau. Ja, genau, richtig. Es gibt da einiges, was man aufarbeiten muss, wenn man hier jetzt gerade mitspielen will in dieser Situation. Wahrscheinlich ist es leichter hinzugehen und diese ganzen Thematiken auszuklammern, nichts zu tun in dieser Zeit und dann, wenn der Markt sich beruhigt, dann wieder zu handeln. Das ist erst einmal leichter. Wenn man aber richtig ausgebildet ist, dann kann man auch hier Vollgas geben, aber braucht dennoch sehr, 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 sehr viel Disziplin. Wirklich sehr viel Disziplin. Vielleicht zur Disziplin gerade ein, zwei Worte, weil das natürlich genau jetzt der entscheidende Punkt ist. Natürlich würde ich jetzt gern auch handeln, aber Disziplin sagt mir eben, jetzt ist es besser, nichts zu tun, deswegen der Trade vorhin und jetzt eigentlich Feierabend. So ist eben das Trading Business. Vielleicht dazu ein, zwei Sätze. Genau. Du, klar, definitiv, da bin ich völlig bei dir, dass man da eben, wenn man sagt, okay, das ist jetzt zu viel hin und her, das ist jetzt auch alles absolut noch nicht klar, dass man auf jeden Fall jetzt die Füße stillhalten sollte und wenn man dann auch zusätzlich vielleicht auch gar nicht in einem Bereich ist, der vielleicht charttechnisch Sinn macht, da irgendwie aktiv zu werden, dann wäre es ja noch ein zweiter Punkt, wo man sagt, okay, wir warten erst mal ab, was da eventuell noch passiert. So, Ali fragt jetzt hier, das Volumenprofil wurde um 8 Uhr fixiert, hat das einen technischen Grund? Ne, das habe ich jetzt nur so mal angelegt. Im Endeffekt ist es der Handelstag, von London weg dann, man könnte auch 9 Uhr machen, London weg, über die USA. Also hier ist ja der Punkt, ich glaube, vorhin war das nicht ganz so deutlich, da war auch nur so ein kleiner Bereich, der da wahrscheinlich bei dir dazu führte, dass man da eben den Versuch mal wagte. Interessanter wäre es natürlich jetzt hier unten in diesem Berg gewesen, wenn man da mal drauf schaut, da ist natürlich auch sehr, sehr viel Volumen gelegen, auch jetzt durch die Kernhandelzeit aufgebaut, wo wir jetzt quasi gerade noch mal eingeschlagen sind und wo wir jetzt aktuell auch wieder dahin laufen und das sind natürlich auch Punkte, die nicht uninteressant sind mitunter. Genau, also im Intraday-Bereich definitiv, ja. Marco, nochmal, du hörst gerade zu, gibt es irgendwas, wo wir sagen, okay, jetzt Vollgas, all in short? Es gibt vieles, sind sehr verschiedene Aussagen, mal eher, ja, okay, könnt longern, aber es gibt gerade mehr Nachrichten für den Short, aber wahrscheinlich nicht signifikant genug, dass wir das Volumen unten komplett durchstoßen werden, aber wir werden sehen. Er wird immer noch weiter jetzt gefragt zu der Thematik, wie Sie das mit der Inflation sehen. Interessant, die FED sieht kurzfristig die Inflation höher, also tatsächlich noch weiter steigen, aber längerfristig sieht sie sich schon tiefer als vorher gedacht, was natürlich jetzt gerade Mixed Signals sind. Also es könnte gerade beide Wege gehen. Was interessant ist, Sie wissen letztlich gar nicht, wie vorher gedacht, vorher war die langfristige Inflation, wurde höher bewertet, jetzt wird sie tiefer erwartet. Das meine ich damit. Und ja, es ist echt interessant, weil wir haben wirklich unterschiedliche Aussagen, aber kurzfristig sagen Sie halt eher, eher höhere Inflation doch nochmal, also einen höheren Inflationsdruck in kurzer Sicht, was natürlich den Druck auf den Gesamtmarkt bringt, eher den Dollar vielleicht wieder nach oben schieben kann. Und Paul sogar sagt, dass Sie immer noch über Zinserhöhungen sprechen werden im Dezember. Das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht, ein Grund, um den Markt nach unten zu schieben, nicht nach oben. Die Frage ist nur, wie lang. Weil wie gesagt, dann längerfristig wird sogar besser erwartet, was die Inflation angeht. Das heißt also noch tiefere Inflation. So Paul. Okay, und jetzt vielleicht nochmal für diejenigen, die sich sonst nicht mit der Thematik so gravierend beschäftigen, woher weiß man, was die so vorher erwartet haben? Oh, da müsste man einiges an Research lesen oder man beschäftigt sich direkt mit den Materialien, was die FED einem gibt. Das ist umsonst, das kostet keinen Cent und muss es dort herauslesen können. Sprich, man muss wissen, was die da so sagen und schreiben. Vielleicht ganz kurz, ich kann das ja mal kurz reinhalten. Moment. Ich hatte das ja kürzlich nochmal im Webinar, zum Beispiel sowas hier. Das ist im Prinzip das Statement von der letzten Zinsentscheidung. Da hat man dann so Tabellen drin, wo im Endeffekt dann eben auch die inflationäre Entwicklung für die nächsten Jahre und auf den Long Term dann im Prinzip das, was so erwartet wird, sieht. Einmal in der June Projection, einmal auf der End of Year Projection. Und da kann man sowas zum Beispiel herauslesen. Ja, inklusive natürlich noch der Erklärungen dazu. Und wenn man dann eben auch die Entwicklung der vergangenen Daten sich anschaut, dann weiß man da auch, okay, wie hat sich das entwickelt im Laufe der letzten Monate. Und genau solche Zahlen, die werden dann kurzfristig dann theoretisch nach oben genommen, aber auf den längeren Long Term dann eben sogar wieder noch ein Stück weit nach unten, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, die Dotplots haben wir aber jetzt ja nicht gekriegt, dieses Meeting. Das kriegen wir nur einmal im Quartal. Aber diese Zahl drücken Sie gerade aus. Die kommen jetzt wieder im Nachgang. Die kommen wieder im Nachgang. Aber mit der Pressekonferenz kriegen wir sie nur einmal im Quartal. Und genau deswegen müssen wir jetzt ja so konzentriert zuhören, was der sagt, weil wir diese Daten jetzt nicht bekommen. Ansonsten wäre das wesentlich einfacher heute, weil wir dann sofort sehen, was die erwarten. Dann kannst du sofort da reinhandeln. Dann soll das auch gar nicht passiert, was heute passiert wäre, weil jeder das schon gesehen hätte. Jetzt müssen die Reporter durchfragen, herausfinden, was da eigentlich drin steht. Genau, das ist ja das, was ich jetzt meinte. Also du versuchst quasi anhand der Worte herauszufinden, wie sich eventuell diese Zahlen hier positiv oder negativ verändern. Das ist das, was du vorher ausgedrückt hast, wo die jetzt sagen, dass der Long Term, also kurzfristig hast du ja gesagt, dass eben die Inflation sogar durchschnittlich höher betrachtet wird. Ja, also hier jetzt einfach nur als Beispiel 2,8 für 2023 wurde erwartet bei den letzten Zinsentscheidungen. Und die sagen jetzt, naja, es wird ein bisschen höher erwartet, also zum Beispiel 2,9 oder 3 im Durchschnitt oder Median in diesem Fall. Aber auf den Long Term, weiß ich jetzt hier vielleicht 2025, dass wir da, ja gut, hier wird schon zwei erwartet, aber dass es da dann eben auf jeden Fall dann hinkommt, sowas in der Art. Das meintest du jetzt. Ich wollte jetzt nur mal die Tabelle dazu. Und wie man das am Ende dann auch herauskriegen kann dann. So, Sebastian. Das ist sehr gefährlich. Also man könnte eher einen Long versuchen, wenn man wollte, wenn man super kurzfristig unterwegs ist, weil wir preisen das ein, was Paul sagt, sprich dieses Short gehen wird eingepreist, aber super kurzfristig betrachtet sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es lohnt sich gerade nicht mehr weiter Short zu gehen, in ganz kurzfristigen Ausblick gedacht, weil es gerade zu teuer ist. Das kann in fünf Minuten anders da aussehen, aber für den Moment kann man echt versuchen, ganz, ganz kurzfristig Long reinzugehen, sobald wir uns über gewisse, gut, ich kann jetzt nicht sagen, wie wir es waren, aber über gewisse Berge hindurch gearbeitet haben, meine Schüler werden es verstehen. Genau. Sebastian schreibt jetzt, Mensch, das Volumenprofil, das irritiert mich jetzt, aber hilft das beim Traden beziehungsweise wird man damit erfolgreicher? Na ja, ich will vielleicht nicht erfolgreicher sagen, ja natürlich, es hilft dem Verständnis, den Markt zu verstehen, weil man einfach gewisse Dinge, die vielleicht der Profi optisch auch so sieht, ich zum Beispiel zeige das ja immer, ich zeichne ja dann im Prinzip immer wild, händisch ja zum Volumenprofil manchmal ein, weil man natürlich gewisse Bereiche im Chart sieht, die man eben optisch durch das Volumenprofil auch hervorheben kann. Ja, manche Dinge sieht man nicht optisch zu schnell, aber manche Dinge sieht man als Profi, die dann eben am Ende auch eine Relevanz haben können, die dann auch wichtig sind für das Trading, ja klar. Beim Volumenprofil, du kannst dir alles Mögliche mit anstellen, du kannst es hereinlegen, wie du willst, du kannst es ja täglich, stündlich oder selber reinzeichnen, so wie Daniel das hat. Beim Volumenprofil geht es kaum, du musst verstehen, was das Volumenprofil macht, also sprich, was zeigt das an und dann musst du nur noch selber wissen, was will ich denn sehen und da geht es schon los, da musst du verstehen, was das Volumenprofil dir zeigt, und du musst verstehen, was du persönlich sehen willst und dann darauf zu reagieren. Hier geht es wesentlich mehr drum als, oh, da ist aber ein hoher Volumenberg oder oh, da ist aber ein tiefer Berg. Darum geht es gar nicht. Das geht drum, was willst du sehen damit und was willst du eigentlich erreichen. Ergo, hier musst du ganz genau wissen, für was die Institution das überhaupt nutzt. Einfach nur, dass da Linien sind, wie es viele machen. Zeig, dies ist gleich, lösch es gleich wieder, guck, du kommst nicht weiter, du hast eine Geldverbrennungsmaschine damit zu tun. Es bringt nichts. Du musst ganz genau wissen, was du hier damit machen willst. Das ist einfach eine Bewertung für die institutionellen Trader selbst. Das ist nichts anderes. Aber was heißt das? Das ist ja immer das, was wichtig ist, dass man versteht, was man da nutzt, egal was man macht. Wenn ich Bauarbeiter bin und kriege einen Hammer in die Hand und habe noch nie einen Hammer gesehen und ich weiß nicht, was ich damit mache und haue mir auf den Kopf und dann sagt mir jemand, hey, damit haut man aber Nägel in den Holz rein. Ich muss verstehen, was ich mit dem Werkzeug mache, ansonsten kann ich damit nichts anfangen. So ist es mit jedem Werkzeug, was man eben auch beim Trading nutzt. Man muss es verstehen, nur dass dann vielleicht das Volumenprofile ein bisschen umfangreicher zu verstehen ist als vielleicht ein Hammer. Aber am Ende nicht schwer. Aber man muss halt auch in den Kontext das wieder mit einfließen lassen und wie du schon richtig sagst, wunderbar in meinen Augen erklärt, man muss wissen, was man damit sehen möchte. Man kann theoretisch viel sehen und ihr seht schon, wenn man es auch dann auch noch verschieden anlegen kann, über verschiedene Tage, wie wir es jetzt aktuell sehen, wo wir wirklich das Große sehen über im Endeffekt vier Tage. Aber vorhin war es auf 8 Uhr heute Morgen angelegt und man hat das Profilevolumenprofile im Prinzip nur für den aktuellen Tag gesehen. Also was will man sehen? Was will man damit erreichen? Das ist das Wichtige am Ende. Nehmen wir doch einfach als Beispiel, Markus, nehmen wir doch einfach als Beispiel genau deinen Werdegang. Du warst ja vorher schon erfolgreich als Trader, aber dann bist du doch letztlich hingegangen, hast du gesagt, du willst dich weiterbilden und bist das Ganze mal angegangen und hast gesagt, hey, Marco, ich will mir das mal anhören, was makroökonomisch losgeht, weil wir das ja auch machen. Und ruckzuck hat sich schnell bei dir was verändert, weil du mal wusstest, wie du das überhaupt anschauen musst. Und das ist halt das Tolle an der Sache, weil es läuft oftmals anders als gedacht. Nur eine positive Zahl hat nichts auszusagen, das sagt nichts aus. Bring es im Kontext zu dem vorigen Regime, das wir hatten. Das ist, was dir weiterhilft. Verstehe das. Seht ihr, der Markt geht long, wie ich es mir gedacht habe kurz durch. Was soll er denn auch anderes gerade tun? Und das macht er jetzt so lang, bis wieder irgendeine crazy Worte beißen, dann wird er abschmettern, als gäbe es kein Morgen mehr. Es ist immer das Gleiche. Es kann ja gar nicht anders gehen, weil hier wird ja keiner hingehen und wird jetzt irgendwie eine Milliarde wetten, einfach mal zum Spaß, auf Rot oder auf Blau oder auf Schwarz, also wie ein Casino. Das macht keiner. Es gibt immer vorgefertigte Muster von den Großen und da gibt es nicht irgendwie einen Plecker, dass jemand einfach mal drückt mit der Hand und sagt, ich mache was anderes. Man muss halt wissen, wie die das tun. Dann geht es vorwärts. Da bist du, Markus, einfach das beste Beispiel. Vorher schon erfolgreich, rein technisch, aber dann kam der Feinschliff. Boom, dann ging es richtig ab. Genau, das ist wirklich, kann ich nur unterschreiben, wenn man eben, ich meine, ich habe natürlich auch vorher makroökonomische Daten auswerten können, aber tiefgreifend habe ich das persönlich nie gemacht und man kann natürlich, wenn man gewisse Dinge noch tiefgreifender versteht, natürlich auch, ja, teilweise ist es ja so ein bisschen wie so ein Trendindikator. Manche nutzen irgendwie, suchen immer den besten Trendindikator. Am Ende ist so, das makroökonomische geht natürlich so ein bisschen in diese Richtung. Wenn man da weiß, okay, wo sollte eigentlich der Hase hinlaufen, dann ist wirklich manches noch einfacher und beziehungsweise was auch wichtig ist, was sich bei mir auch verbessert hat, ist, dass man eben doch noch weniger handelt und noch wieder ein paar Trades einfach sein lässt, wenn man sagt, der macht jetzt erstmal eigentlich makroökonomisch nicht ganz so viel Sinn und führte am Ende auch dazu, dass ich, ja, vorher schon wenig handelte und jetzt teilweise noch weniger handele, aber effektiver, ja, das ist ja das, was wichtig ist und ja, jeder kann sich weiterbilden, sollte jeder machen, ja, man sollte sich weiterbilden, egal wie gut man ist, sei es jetzt direkt im Trading oder eben auch auf andere Art und Weise, man sollte nie stehen bleiben, egal wo man steht, ist auch manchmal gefährlich sogar, wenn man stehen bleibt, wenn man dann manchmal so, wer rastet, der rostet, ja, und wenn der Kopf im Prinzip nur noch rastet und man versucht irgendwie nur noch so seinen Stiefel durchzuziehen, dann merkt man manchmal gar nicht so Betriebsblindheit, ja, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mal gewisse Dinge justieren sollte, weil man hat das ja schon immer so gemacht, aber manchmal muss man sich anpassen und vielleicht, lieber Marco, von vorhin das Statement, vielleicht musst du dich auch irgendwann mal an die Kryptowelt anpassen, ja, da hat man das wieder, den Schwung dahin bekommen, und dann musst du dich entweder auch selbst weiterbilden oder dir natürlich auch Informationen irgendwo herholen und so ist es halt, und wie gesagt, das ist natürlich ein Bereich, der mitunter natürlich auch einen gewissen Reiz hat und nicht uninteressant ist, ich habe ein ganz einfaches Beispiel da nur wieder, es ist halt teilweise einfach nicht vorteilhaft zu handeln, das ist einer der Punkte auch im Kryptobereich, man muss ganz genau wissen, was man wie handelt, weil einfach man sonst da auch noch einen relativ großen Nachteil hat und das ist auch nicht so wirklich reguliert, das ist auch ein Riesennachteil, hat man jetzt vergleicht den S&P 500, ja, das ist an der Börse, jemand, der natürlich welches Produkt man handelt, aber wenn man den Future handelt, da gibt es eine Börse, da ist alles geregelt, da gibt es kein Wenn und Aber, und im Kryptobereich gibt es da doch noch eine ganze Menge Dinge, die nicht ganz so klar sind und das macht es für mich auch uninteressanter, wenn ich doch Märkte habe, die, die, sage ich mal, reguliert sind, die sich bewegen und wo ich meine Chance bekomme, warum muss ich dann in den Markt gehen, den ich A, nicht verstehe, aber der auch teilweise nicht ganz so sauber reguliert ist bis dato, und von daher ist da für mich die Entscheidung relativ einfach, ich nehme das, was, was, sage ich mal, A, einfach zu verstehen ist und was B, aber auch reguliert ist und vernünftige Liquidität da ist und alle Bedingungen top sind, um da dann eben Geld zu verdienen. Vielleicht noch, um hier einen Satz hinzuzufügen, das, was wir tun oder was wir handeln, das kann man natürlich auch im Kryptomarkt umsetzen, nicht, dass es falsch rüberkommt, sondern, was wir ausbilden bei uns, es sind ja gewisse Themen aufgrund von Liquidität, wie Algos arbeiten, also sprich, wie Trader arbeiten, um Liquidität sich ja zu generieren, das kann man natürlich im Kryptomarkt genauso anwenden. Also nur wir machen das nicht, wir haben aber einige Trader, mit denen wir arbeiten, die auch im Kryptomarkt aktiv sind. Genau, ja, also man muss für sich selbst wissen, was man machen möchte und wenn man halt das Herz dafür schlagen hat, dann muss man eben sich da weiterbilden und eben für sich entscheiden, okay, passt oder passt nicht. Jeder ist ja da seines eigenen Glückes Schmied und wenn man da sich natürlich lange weiterbildet, Chancen gibt es natürlich überall, aber, ja, wie gesagt, meine Entscheidung ist da erstmal ähnlich wie Markus, ich lasse das erstmal an mir vorbeiziehen und beobachte es immer von der Seitenlinie und werde sicherlich auch früher oder später vielleicht mal auch da aktiver werden. Mal schauen. Ist denn die Pressekonferenz? Also, wie es aussieht, nee, 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 die ist immer noch voll im Gange. Also wahrscheinlich werden wir eine höhere Terminal Rate haben und an der Terminal Rate bewertet sich ja letztlich alles. Also die meisten, die die Aktien oder Unternehmen langfristig kaufen, bewerten, machen das ja anhand einer Terminal Rate und die wird wahrscheinlich höher kommen, die wir von der FED vorgegeben kriegen. Ergo, es sinkt wohl irgendwie alles ab. Also, was heißt jetzt Terminal Rate? Boah, da muss man viel vorher noch dazu verstehen. Letztlich stellt sich einfach vor, die Zinsen, die längerfristig erwartet werden. Da müssen wir wesentlich mehr drüber schwitzen, um das abzuhaken. Das schaffen wir jetzt gar nicht. Das ist unmöglich. Es geht um längerfristige Zinsen. Also, stellt euch aber so vor, wenn ihr hingeht und wollt Geld bewerten, was ihr in Zukunft bekommt, was das heute wert ist, dann müsst ihr das irgendwie abdissentieren und müsst ihr entscheiden, was dieses Geld denn für eine Wertigkeit hat aufgrund von Opportunitäten, die ich nicht nehmen kann, weil ich Geld hergebe und aufgrund von Inflation. Und das alles muss man natürlich irgendwie berechnen durch irgendeine Rate. Oftmals nimmt man einfach die Terminal Rate. Und wenn die jetzt steigt, dann fällt natürlich die Werte sämtlicher Investments nach unten. Ergo, also ich spreche, das heißt short. Und so schnell dreht sich das ganze Blatt, der auch von eigentlich nur gucken, dass es long geht oder müsste eigentlich long gehen mit ein paar Sätzen und ein paar Fragen wendet sich das Blatt und heißt jetzt erst mal, wir schauen, nicht zwingend heute, aber vielleicht für die nächsten Tage dann doch eher wieder nach der Abwärtsseite, was nicht bedeutet, dass der nicht heute nach oben läuft oder morgen erst mal long geht und sich oben dort die Liquiditäten nimmt, um dann eben abzuschmieren. Ja, das heißt das nicht. Nee, ich würde einfach schauen, was jetzt die Institutionen der nächsten Tage einpreisen werden in der Terminal Rate. Kaufen die das ab? Machen die das, was die Fetts sagen oder machen die was anderes? Ich würde einfach darauf schauen, was machen denn die, die Milliarden bewegen? Ich bewege keine Milliarden. Also sprich, warum soll ich denn meinen Kram handeln, was ich einfach mir so ausdenke? Ich schaue dann doch jetzt ganz klar, die Großen das kaufen werden. Also mit kaufen meine ich, ob sie das deren Fett abkaufen. Wenn sie sagen, ah jo, klar, das ist so, dann folge ich denen, weil ich ja verstehe, was hier los ist. Es ist wie immer, es ist einfach ein Büchlein, was immer wieder das Gleiche los ist. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ändert sich nicht hier und das werde ich jetzt einfach abwarten. Ist das wirklich so oder nicht? Die Fett selber sagt jetzt erstmal, alles klar, wir werden wohl ein Higher Terminal Rate haben, aber wir werden wohl, es ist nie gegeben in der Wirtschaft, dass es stimmt. Das ist nicht 5 plus 5 ist 10. So funktioniert das einfach nicht. Das ganze System ist leider nicht so. Auch die Fett weiß nie 100 Prozent, was ist, aber die haben eine gewisse Macht mit ihren Worten. Wir sehen jetzt schon, das Terminal Rate ist über ein Tape gerattert vor anderthalb Minuten oder eine Minute und 50 Sekunden und jetzt ist erstmal direkt schon wieder ein bisschen abverkauft worden. Ist halt die Frage, ob die jetzt unten durchkommen oder nicht. Aber das geht die ganze Zeit jetzt hin und her, bis wir endlich fertig sind und wissen, was los ist. Und dann, wenn wir endlich fertig sind, dann können wir sagen, alles klar, jetzt warten wir doch mal bitte auf eine Sache und zwar, ob die Großen das auch so umsetzen oder ob die hingehen und sagen, nee, wir wetten anders. Kann sein. Weil letztlich ist es ein frei handelbarer Markt. Es kann alles Mögliche rauskommen. Wenn aber alle Großen entscheiden, wir kaufen nur noch und kaufen nur noch, ob das jetzt sinnfrei ist oder nicht, lassen wir mal nebenan gestellt, dann wird der Preis steigen, solange es die Käuferschaft gibt. Punkt. So einfach ist es. Es muss nicht immer Sinn ergeben. Aber wir müssen verstehen, was gesagt wird. Wir müssen verstehen, was los ist. Wir müssen verstehen, wie man normalerweise darauf reagiert und dann abwarten, was passiert. Und dann können wir sagen, super, jetzt gehen wir mit den Großen mit. Aber dann haben wir auch komplett das Paket drumherum verstanden, was eigentlich sein müsste und was nicht. Ja, und an dem Punkt sind wir halt. Oder an dem Punkt werden wir immer sein, egal, wann die Fiffigen Haare machen. Es wird immer so sein. Aber jetzt ist es halt recht speziell. Wichtig natürlich an der Stelle, dass man selbst nicht versucht, ein Großer zu sein, denn das heißt ja so schön immer, never fight the fat. Also man sollte eigentlich, sage ich mal, jetzt als Kleiner nicht sagen, das glaube ich aber nicht, was die da sagen. Das ist immer sehr gefährlich an der Stelle. Ich habe das früher auch gerne gemacht. Ich habe mir dann irgendwelche Dinge angehört oder habe irgendwelche Statements mir durchgelesen, habe mir dann irgendwie so grob mein eigenes Bild erschaffen. Ja, eigentlich keine großartige Ahnung, aber habe gesagt, nee, nee, das darf nicht long gehen und voll dagegen gehalten. Ob es nur die fett war oder manchmal auch andere Dinge und dann ist das natürlich höllisch in die Hose gegangen. Also man muss da natürlich aufpassen und jetzt kam eben auch die Frage nochmal, wie sehe ich denn jetzt eben, wie die Großen aktiv werden und ja, das ist die Frage. Eine gute Frage. Das erkläre ich dir, wenn du bei mir bist, das können wir gar nicht so erklären, das ist unmöglich. Es ist viel zu viel los. Das ist unmöglich jetzt so zu machen, das ist unmöglich. Entschuldigung, du musst mal kurz einen Schluck trinken. Ja, also genau, wichtig ist ja, dass man natürlich den Marktkontext versteht und natürlich dann eben auch schaut, okay, häufig oder nicht zwingend, sieht man jetzt heute zwingend, was machen jetzt große Marktteilnehmer, wo fangen die an, eventuell eben eher zu verkaufen oder eher zu kaufen. Das ist eine Sache, die man eben auch nicht von jetzt auf gleich lernen kann. Das ist nicht irgendwie, pass auf, wenn der Indikator rot zeigt, dann kaufen die, verkaufen die, wenn der Indikator grün zeigt, dann verkaufen die, dann kaufen die. Nein, um Gottes Willen, schon spät, am Abend. Also das ist eben genau das, was eben auch Marco und Daniel immer sagen, das ist eben dieses Marktverständnis, dass man versteht, wie das Ganze funktioniert und das Spiel funktioniert und das, du schreibst jetzt hier, Olaf, dass sie, wenn die ja dann mit Tricks arbeiten, wie soll ich denn das herausbekommen? Naja, das sind eigentlich keine Tricks. Das sind eigentlich keine Tricks. Das sind keine Tricks. Also die arbeiten nicht mit Tricks. Das kann man so nicht sagen. Nein, hier wird eben wahrscheinlich gemeint, dass sie ja eben den Markt in Anführungsstrichen irgendwo sich da hinschieben, wo sie ihn haben wollen oder eben das so tun, wie sie es tun, um ihn dort hinzubekommen, wo er... Das ist ja nur die technische Umsetzung. Das ist ja nur die technische Umsetzung. Aber was sie jetzt tun mit kaufen und verkaufen, das kann man recht schnell sehen. Man muss nur diese verschiedenen Facetten der Märkte verstehen. Also da schaut man sich einfach nur mal die Marktpreise an, wie die sich entwickeln nach gewissen Entscheidungen und wartet mal einfach zwei Tage ab, was passiert, dann sieht man direkt schon was los ist. Man muss nur wissen, welchen Markt man sich wieder anschauen muss, weil auch das ändert sich ja ständig, je nachdem, was gerade ansteht. Wieder. Es geht wieder um den Kontext. Es gibt keine allgemeingültige Antwort, die immer stimmt, wenn ich sage, schau dir immer Öl an, als Beispiel. Das wird nicht funktionieren. Das ändert sich die ganze Zeit. Das ist immer unterschiedlich. Genau. Also deswegen, das kann man so einfach gar nicht, gar nicht beantworten. Man muss es einfach wirklich verstehen. Aber es ist so lustig, ständig labert er was anderes. Jetzt hat er wieder, wieder was gesagt, der Paul, was wieder dazu führen könnte, wie, hey, vielleicht doch eher ein Endlong, weil er sagt, ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu hart sind, dass wir nicht zu stark tighten, dass der Markt am Ende dann nach ein, zwei Jahren voll abkippt, also quasi in ein, zwei Jahren. Deswegen müssen wir jetzt schon überlegen, dass wir da früher dagegen steuern, als man denkt. Was natürlich wieder voll für den Long spricht. Das ist unglaublich. Der labert die ganze Zeit was anderes. Aber das ist bewusst. Wir sind an einem Punkt, wo wir quasi, wo die FED eigentlich nicht mehr viele Optionen hat. Die hat nicht mehr viele Optionen. Und genau da haben wir die Problematik. Was soll er denn sagen? Soll er sagen, ja, es ist alles schlecht, wir müssen Zinsen anheben, 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 dann wird der Markt nach unten rauschen, ohne Halt. Er muss das machen. Er kann nicht anders. Aber es ist schon lustig, wie er herumtänselt. Aber letztlich ist es dennoch alles nicht so positiv. Muss man schon sagen. Also kurzfristig sieht es nicht positiv aus. Auf dem Longer Run, würde ich sagen, ist die Rezession doch nicht so schlimm von der FED erwartet, wie vielleicht manche das meinen. Also eher so, eine Art Softlanding ist vielleicht geschafft worden von der FED. Wenn man selber der FED glauben will. Ja. Warten wir ab, bis die Pressekonferenz vorbei ist. Oder was, wie ist euer Gedanke? Wäre jetzt von deiner Seite noch irgendwas zu tun heute? Das ist vielleicht mal die Frage. Oder von eurer Seite? Ja, also Gewinne wurden jetzt von mir mitgenommen. Daniel hat ja auch schon einen Trade gehabt. Also ich würde jetzt tatsächlich gar nichts mehr machen. Warum soll ich jetzt noch irgendwas machen? Man kann morgen wieder handeln. Das Ding ist, selbst wenn jetzt ein Trend kommt, der drei Wochen lang als Beispiel short geht. Ich sage jetzt nur Beispiel. Ich muss jetzt irgendeine Seite nehmen. Und dann ist doch egal, ob ich heute, morgen, übermorgen oder selbst in zwei Wochen einsteige. Letztlich muss ich jeden Tag irgendwie was finden oder sagen wir mal mehrmals in der Woche was finden, um dann zu handeln. Also es ist letztlich egal, ob man jetzt unbedingt dabei ist oder nicht. Ich kann auch einfach getrost warten, kann mir alles noch mal in Ruhe durchlesen und versuchen zu gewichten, was jetzt sinnvoller ist. Vielleicht kann ich sogar hingehen und finde noch eine andere Zentralbank, die jetzt noch irgendetwas die Woche herausbringt und versuche dann da was zu handeln, wo ich den Dollar Pi mal Daumen einschätzen kann, aber die andere Währung zum Beispiel sehr, sehr gut einschätzen kann und handel dann einfach das. Das Tolle ist, wir sind nicht gezwungen. Als institutioneller Trader war ich immer gezwungen zu handeln. Mir wurde gesagt, ich muss jetzt den Euro-Dollar kaufen, dann musste ich ihn kaufen und muss versuchen, die besten Preise zu kriegen. Ich kann, das ist mein Vorteil, von uns allen Retailern ist das der Vorteil. Wir müssen nicht handeln. Wir können auch einfach warten, bis die Situation schöner ist. Und das Tolle ist, da wir so klein sind, dass wir kaum auffallen, können wir immer recht knapp in die Märkte rein, also sehr, 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 sehr schnell einsteigen, aber auch sehr schnell wieder aussteigen. Das ist wirklich unser Vorteil. Man muss sich nur den Vorteil mal bewusst werden lassen, was das heißt und muss dann auch hingehen und dementsprechend handeln. Es bringt nichts, zu versuchen, wie die Großen da zu handeln und ewig lange in den Märkten drin zu sein, wenn man nicht ein richtiges Risikomanagement hat, anhand der Möglichkeiten, die wir Kleinen halt nun mal besitzen. Wir haben gewisse Vorteile, wir haben aber auch Riesennachteile. Wir müssen uns auf die Vorteile natürlich konzentrieren und die so gut es geht ausbauen, damit die Nachteile, sprich, mal ein kleiner Verlust, nicht schlimm ist. Und dann ist alles okay. Aber das muss man natürlich auch dementsprechend richtig einsetzen. Und diesen Vorteil, diesen wirklich, diesen kurzfristigen Aspekt, den haben wir voll auf unserer Seite. Das haben die Institutionen nicht. Die können das nicht. Die können nicht sagen, oh, wir tun mal das ganze Portfolio auf Short rumkrempeln. Vergiss das. Es gibt Institutionen, die brauchen mitunter Jahre, wenn die von Long zu Short wechseln würden. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Die brauchen einfach andere Produkte, um sich dann abzusichern. Die können gar nicht mal das Portfolio umkrempeln. Das ist schier nicht möglich. Und wir können einfach per Knopfdruck rein, raus, hin und her, wie wir wollen. Das ist super. Aber diesen Vorteil muss man auch richtig, richtig ausnutzen. Und das ist halt natürlich, was man erlernen sollte, weil es macht nichts, einfach nur zu gucken, oh, der Kurs ging low, der ging Short. Ja, ich gehe da irgendwie rein. Nee, man sollte viel tiefer schauen. Nicht die gesamte Bewegung mitnehmen. Ein Teil der Bewegung reicht vollkommen aus, um davon super, super entspannt zu leben. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein 300 Pip, ja, Punktemove, Muff, weil wir jetzt ein S-Krad sehen, sorry, 300-Punkte-Move kommt, reichen 30 Punkte vollkommen aus. Lieber 30 Punkte richtig, anstatt 300 Punkte aber nie was mitgenommen, weil man nur SL skatiert. Macht keinen Sinn. Wir brauchen das nicht, wie die Großen, dass wir immer dabei sind. Uns reichen die kleinen Schritte. Natürlich im Verhältnis zu... Das hat auch so einen Vorteil. Jetzt hast du gesagt, 30 Punkte natürlich immer im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf den Trade. Und das bringt nichts, 100 Punkte zu haben und dann 30 Punkte mitzunehmen. Ja, nicht, dass man das jetzt falsch versteht an der Stelle. Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig. So jetzt morgen, Lasse schreibt gerade, morgen kommt ja dann die Bank of England um die Ecke mit ihrer Zinsentscheidung. Vielleicht gibt das ja dann schon eine Möglichkeit, vielleicht aktiv zu sein. Ja, wir haben jetzt aktuell einige Zentralbanken, die schon kamen und noch kommen morgen Bank of England. Mal schauen, was sich da so ergibt. Das ist auch wieder ein eher spezielleres Thema bei der Bank of England. Da haben wir noch andere Problematiken. Wir haben ja die Intervention, die nicht hingeht und einfach nur den Preis ihrer Währung ändern will, sondern eher das System retten will, dass es nicht kollabiert. Also da haben wir ganz, ganz andere Themen, auf was wir da achten müssen. Und ja, wird auf jeden Fall auch eine spannende Presseentscheidung, ein spannendes Statement werden, wo ich echt gespannt bin, was daraus rauskommt. Genau. Vor allem, weil ich da eh schon gut positioniert bin. Muss ich jetzt eigentlich mal gucken, wie hat sich das denn jetzt überhaupt entwickelt. Schauen wir mal. Na, ist nicht viel passiert. Heute ist nicht viel passiert. Ja, heute ist nicht viel passiert, aber jetzt geht es hier wieder nicht. Aber dennoch, da bin ich ja schon, wie ein Pips bin ich da im Plus. Es sind schon ein paar Hunderter. Naja, einfach mal laufen lassen. Gut. Dann würde ich fast sagen, vielen lieben Dank an euch. Das sind fast 1000 Pips sogar. Ja, klar. Das britische Fund läuft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, da haben wir ganz, ganz, ganz andere Sachen, um die wir uns gerade kümmern müssen. Das ist eine ganz, ganz andere Art, weil wir hier ganz andere Probleme gerade haben. Also auch das, Dollarieren ist auch eine spannende Sache wohl für die Zukunft, weil wir haben jetzt die Entscheidung der FED und wir wissen ja, was die Japaner gerade tun, mit ihrer Intervention. Ach ja. Weil was wieder eine ganz, ganz andere ist, als die von der Bank of England. Also auch da gibt es jetzt gewissermaßen Chancen. Meine Leute wissen ja alle Bescheid, meine ganzen Schüler. Ja, auch da könnte sich was ergeben in Zukunft. Also wir sind echt gespannt. Das ist auf jeden Fall immer wieder was Tolles, weil es kommt jetzt wieder Bewegung rein und ja, das gibt jetzt, Markus, wie sagen wir immer, das gibt jetzt erstmal wieder den Kurs vor für die nächsten paar Wochen. Genau, richtig. Ja, vielen lieben Dank an euch zwei für den abendlichen Einsatz heute und für das bisschen kommentieren, auch wenn heute jetzt quasi so richtig viel, also klar Bewegung haben wir, sehen wir, aber so richtig viel jetzt erstmal nicht passiert ist. Ein sehr, 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 sehr starkes ein bisschen kreiert wurde erstmal und morgen werden wir das in den Streams wieder so ein bisschen auswerten. Da sind wir natürlich dann auch ein Stück weit schlauer, weil wir dann wirklich final wissen, okay, was hat er nun unterm Strich gesagt, was hat der Markt am Ende erstmal auch dann eben zumindest heute final draus gemacht. Dann ist die Nacht, da schlafen einige drüber beziehungsweise die asiatischen Märkte verarbeiten das Ganze dann natürlich auch nochmal in irgendeiner Art und Weise und dann können wir morgen uns den Mund abwischen und weitermachen und schauen, was wir wiederum daraus gegebenenfalls kreieren können. In diesem Sinne, euch beiden vielen, vielen, vielen Dank für den heutigen Abend. Wir hören uns am Dienstag wieder alle gemeinsam, ja, im Dienstagswebinar um 14 Uhr und wir, also ich und ihr, wir hören uns morgen früh um 7 Uhr auf YouTube mit dem DAX Long oder Short. In diesem Sinne, euch, für Trade to Mega Trading, bis dahin euch nur das Beste, euer Markus und Marco und Daniel. Bis dann, ciao. Viel Erfolg an alle, macht's gut, ciao, ciao. Viel Erfolg, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.